abgeschnitten sogar, im oberen Abgeschnitten Du kannst runter scrollen, das sind mehr Ja, nee, da sind drei nebeneinander und der rechteste wird abgeschnitten Oh, hallo? Ha, wir haben es geschafft! Hallo! Hallo! Ich habe kurz deine Kindheitsgeschichte erzählt Ja, kurz, richtig profimäßig die Zeit überbrückt, finde ich gut Ja, fantastisch Ich bin jetzt schon komplett mental fertig Was war denn jetzt die Lösung, Leute? Ja, das willst du nicht wissen Es ist so dumm Ich glaube, also es ist wirklich so dumm, Maluna Es sind zwei verschiedene Launcher Mauki, mach mal ready, Mauki, mach mal ready Oh, kann man ready drücken? Der große Knopf und rechts Ich habe ready gedrückt Es waren auf jeden Fall die Launcher Ja, sehr kompliziert Ja, ich verstehe, ja, ja Die ganzen Fortnite-Kinder schaffen das auch nie Das dauert echt lang immer Achso, warte mal Squadstream müssen Darlene und Mauki noch annehmen Dann können wir vierer Squadstream machen Ja, ja, Maluna ist hier vorbereit Lass erstmal eine Runde spielen, bevor wir Mauki jetzt direkt ins nächste Menü schicken Ich habe Gefühle, okay Okay, aber jetzt, nochmal zur Erinnerung Es kommt jetzt hier auf jeden an Also wir sind als Team so stark wie das schwächste Glied Es ist ein Team-Spiel? Es ist, ja, es ist ein Team-Spiel Also wir sammeln gemeinsam Punkte und wenn jetzt nur einer von uns reinkommt, dann sind wir alle raus Wenn ich das richtig verstanden habe Ja, außer du bist Erster und alle anderen Teams, die hinter sind, haben nicht genug Punkte, aber ja, einer wird meistens nicht reich Also geht das wirklich nach Punkten so, das heißt der Zehnte kriegt mehr Punkte als der Zwölfte? Ja Oh, okay, das ist gut Ich möchte gerade einmal betonen Ich habe gerade den Squadstream angenommen Oh Dankeschön, Dankeschön Warst du das oder einer deiner Mods? Nein, 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 ich war das Oh Ich habe im Hintergrund noch das Tutorial gehört Wie ist das eigentlich da, Lu? Ich habe ja jetzt so ein Fragment gewonnen Zählt das dann oder muss ich immer in der Konstellation spielen, um mehr Fragmente zu bekommen? So, ne, 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 wenn du genug Kronenfragmente zusammenzählst, als eine ganze Fragmende zählst Ahhhh Okay, okay, okay Auf dem euer Leben! Uff Lache Aber ich glaube, Kronen per se gibt es doch gar nicht mehr, muss ja irgendwie anders gerechnet sein Du hast ja gar keine Kronenwähungen mehr Ja, die Kronen werden dann umgerechnet, oder was? Ja, ja, genau, in Kuroz Oh, scheiße Ach, das war das Level, wo Bdalu gesagt hat, hier gibt es keine Fehlermöglichkeiten mehr Oh, danke, ich erinnere mich sehr gut Oh, unser Team ist auch stark Ich will es nicht jinxen, aber Aber Ist aber ganz schön weit vorne Oh, Luna, let's go! Ahhhh Oh mein Gott! Oh, yes Ich hole die 60 Punkte, Team 59 Oh, ich bin doch schon toll Ok Ich komme wieder Keine Frage Ich, ich bin so treu Ich bin so am treuen Sorry, es tut mir so leid Ech Ok, der Ding ist aber auch gerade richtig blöd da gewesen Mauki auf Platz 2 von unserem Team Nein! Ich konnte nicht so fühlen, irgendeine Bohne hat sich... Hey, wie geht das? Unser Team ist richtig gut. Ich versteh's nicht, ich kann da nicht drüber springen. Hey, 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 was heißt hier gut? Ich hab' 240 Punkte. Und wieder diese hässliche Bogen. Oh, das war richtig gut, Peter! Nee, das war mir gar keine... Nein, das war gut! Halt durch! Ich versteh's nicht! Nein, hey! Ich sag nie wieder was! Nooo! Das kann nicht wahr sein! Also es ist... Gott sei Dank reicht es, aber... Aber wir sind doch... Kontext bedeutet, wir sind nicht qualifiziert, ne? Wir sind beide, ja. Das hast du nicht geschafft! Oh! Wenn Nächstes was, Dankeschön für den Re-Sub! Ich glaube, der wurde angezeigt, hab mich auch gedankt! Danke für den Re-Sub! So gut, dass der angezeigt wurde! Das freut mich! Ach, Mann! Das ist doch scheiße! Okay, ihr habt gecarried! Stark von euch! Schlecht von mir leider! Nein! Ist schon okay! Ich hab nicht mal das Spiel zum Laufen bekommen, also... Mauki ist grad so richtig so, ach, ist schon okay! Ey, weißt du... Ja, ist schon okay! Ja, Chat, ich bin das schwächste Glied! Ist ja gut! Ich hab's versteckt! Oh nein, ich hasse... Ich hasse das! Was ist das? Das sieht sehr... Akur! Wow, ich hab gute Erklärung! Es ist stark drauf, das reicht mir schon! Also, am Ende da bei diesen großen pickeligen Dingern da, die rechts und links schwingen, muss man immer außen rennen! Ah, okay! Weil, sonst treffen die dich! Guck mal, ich... helfe durch Wissen und nicht durch Skill! Ich werd jetzt so was von drauf gehen! Wieso? Ne, das stimmt nicht! Ah, ja, doch! Oh! Mein Gott, was ist hier los? Team, ihr macht das, ne? Das ist ein schwieriges Spiel! Und hallo, was ist da los? Das ist ein ziemlich schweres Game! Da solltet ihr unbedingt euch sehr viel Mühe geben! Damit wir weiterkommen! Nein! Ich bin nicht sicher, was ich da ausmache! Ich bin erster! Jawohl! Endlich! Super wichtig, dass ihr alle kommt! Oh, darn! Hui! Guck mal, ihr von wegen schwächstes Glied! Wir sind ein Team! Moment, Moment! Ich bin... Ich komm wenigstens in das Ziel! Ja, nein! Ich mein, ich hab über mich selber geredet! Oh, Maluna gleichzeitig! Was ist denn das? Bitte lassen sie die Brücke runter! Hast du hinten noch irgendwas verloren? So, deine Fülle oder so? Dass du nochmal... Na, guck mal auf, Kar, weil ich mal mit dir laufen wollte! Das heißt, es gibt hier auch gar keine Side-Problematik, sondern... Achso, beste Teams! Ja, okay, die sieben besten Teams! Genau! Ja, aber ein Time-Limit kommt trotzdem! Und wenn dann halt... Du hast ja selber geredet! Wenn nicht ein Ziel kommt... Ah ja, stimmt! Da gab es ja ein Time-Limit! Ich erinnere mich! Das hat zwar noch keiner gesehen! Ach so, der Map, aber... Okay! Ich war auch nicht der Einzige, der hätte ich geschafft! Da glaub ich zumindest! Ich bin mir unsicher! Oh mein Gott! Dieser... Dieser... Typ, dem ich zugucke, der... Maluna im Fallgeist-Feeling sowas von! Feeling-Randoms? Ja! Yep! Ein guter Input von Maluna auf jeden Fall! Ja? Ja? Ich glaube, dass man das ganze Mensch nichts gehört, aber... Ja! Äh... Ja! Ich bin... Gutes Commentary! Good Job, Team! Das war ja mega gut! Es sind nur noch sieben Teams übrig! Ist ja jetzt Finale-Potenzial! Du hast uns ein bisschen gecarried, ne? Da kommen noch ein paar Spiele... Peter hat ja gerade ein bisschen Dalu gecarried... Ja, wir carryen uns gegenseitig! Wenn einer verkackt pro Spiel, ist das eine gute Quote! Ja! Hey, lass mir das! Okay, ich muss auch mal ein bisschen auf Dalu drauf treten! Ja, ne, ist ja auch okay! Also, ey! I'm all for it, ja! Du darfst nur nicht dann auch verkacken, wenn ich verkacke! Ach so! Das wär blöd! Immer nur eine Person! Okay! Da! Ach, nein! Was ist das? Ist das wieder was mit Wänden, die hochgehen? Plop-Party, Maluna! Ah, dankeschön! Du musst die beweglichen Wände vermeiden und nicht von der Plattform fallen! Ah, dankeschön! Kein Thema! Wenn du so ne... Wenn du es in eigenen Worten wiedergeben musst! Schulaufgabe! Oh, ich verstehe! Das zählt, glaub ich, als Survival-Map! Ähm, bin mir aber nicht sicher! Also, hier könnte es sein, dass das pro Sekunde, die wir leben, Punkte gibt! Hm! Ja! Überleben bringt Punkte! Okay, okay! Wenn man direkt am Anfang rausfällt, das wär am schlimmsten! Noll! So wie der... Der, der holt jetzt für sein Team, das kriegt halt jetzt jede Sekunde nur noch drei Punkte und dann bestellt sich hier! Das ist dann... Vorher war das voll simpel vor dem... vor den Updates! Ich weiß... Oh, die haben's aber ordentlich überarbeitet! Oh mein Gott! Die alte Map, die du kennst, gibt's aber immer noch! Okay! Man muss hier in Bewegung bleiben, wa? Ja! Ja! Das ist ja echt ätzend! Äh... Ich werd geblockt! Rolf gehen oben lang! Äh... Weiß nicht, wohin mit mir hat er... Ey, das ist ja hier voll verwirrend alles! Was sind die... 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 Gruppieren sich alle vor mich und lassen mich nicht weiterlaufen hier! Ja, same! Oh mein Gott! Oh! Wer von uns raus? Ich! Nein, mir geht's gut! Bist raus von uns? Oh... Ja... Oh... Oh, vier Sekunden sind noch viel! Ups! Ich wusste nicht, dass ich da drauflaufen kann! Das sieht auch nicht gut aus für mich jetzt! Vielleicht! Ich kämpfe, Peter! Ich will! Juhu! Nein! Nein! Egal, noch alles gut! Nee, jetzt wird's kritisch, glaub ich! Moment, bist du der Letzte? Ja! Ja, du schaffst das, du schaffst das! Ja, okay! Moment, Moment! Das... Oh nein! Das wird ganz knapp, glaub ich! Das stärkste Glied im Team! Ja... Ja, doch, 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 doch! Oh! Ah! Das ist nicht schlimm! Das ist nicht schlimm! Team vier ist ganz raus! Es kann keiner mehr Punkte machen von den unteren Teams! Was? Okay! Ey, das wird ja echt schwierig dann! Oh! Das sind, glaub ich, kann es sein, dass wir jetzt fast alle raus waren? Ja! Also alle, die auf dem... Wir sind Zweiter! Ja! Vielleicht mal noch zum Ende hin! Ja, dann fühlt sich das für uns nicht ganz so schlimm an! Wow! Okay! Ist das am Ende immer zwei Trupps? Hm... Ja, ich glaub, mit zwölf geht auch! Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Finale aus dem Zwölf geht, also mit drei! Äh, die Finale sind ja meistens echt Solo-Spiele! Oh nein! Oh nein! Das sind one-on-ones jetzt, ne? Ja! Ah! Okay! Funktioniert das mit dem Ball in seinem Bereich halten, wenn man einen Punkt bekommt? Nein, versuch's nicht! Versuch wirklich, die Punkte zu machen und hoffen, dass dann ein Switch-Gamer ist! Okay! Was ist denn ein Switch-Gamer? Was? Es ist sogar vier gegen vier! Oh mein Gott! Was? Okay, das ist ja insane schrecklich! Malula, du machst den ersten Ball! Okay! Malula, ran an den Ball! Das war vielleicht eine Fehleinschätzung von mir, das so zu machen! Und zwei Bälle? Ich kümmere mich um den einen hier! Okay, Mauki, ich hab deinen... Mauki und ich machen die rechte Seite! Malula bleibt bei Peter! Okay! Ihr konzentriert euch auch nur auf euren einen Ball da! Ja! Okay! Gute, gute Aufteilung! Ja, ja, ja! Oh! Also die wollen nicht mit uns teilen! Ja, die wollen schon! Die haben, die haben Probleme! Ja! Ja, ja, ja! Mach du! Okay, dann ist unser jetzt... Warte... Da ist der Gegner! Warte, warte, warte! Wir übernehmen! Ja, ihr übernehmt den! Mauki, wir nehmen den hier rechts! Souverän! Ah, let's go! Nice! Nice! Die fegen wir vom Platz, ich bin auf der Switch. Oh, noch ein Ball! Das sind 4-2-Play-Spieler auf der Switch, das schläfst du von beidem. Komm, die ballern mir da, die Bude ballern mir da zu. Oh, ist Brasilien oder Obregen? Die kriegen gleich Depressionen, ich weiß, komm. Oh nein! Ja, wir brauchten ja einen Gegenpunkt für 7-1. Oh, scheiße! Okay, jetzt nicht zu cocky werden. Ja, wir verlieren doch, das sind Switch-Profis. Die haben uns heute verarscht. Die haben uns fortfunk gelassen. Boah, hast du den gesehen? Boah, der war stark. Den holst du, okay? Ja, danke und euer. Oh, den haben wir verkackt. Den haben wir verkackt. Boah, rübergedrückt den Ball. Schön. So krass wurde noch nie Volleyball gespielt. Ein Spiel hatte nichts. Ja, wir sind voll das gute Team. Ja. Ich war auch dabei, sehr gut gespielt. Ja. Ist hier das Finale? Ja. Wir spielen jetzt noch ein Spiel vor dem Spiel. Finale. Das wäre auch geil. Das sind nicht zwei Teams raus. Aber das macht ja Sinn. Ist egal. Hört einfach nicht zu. Leute, wir holen das jetzt. Direkt die erste Runde, erster Sieg. Das wäre so mega gut. Oh. Okay, aber Sturzball ist geil. Das habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Das habe ich auch ewig nicht mehr gespielt. Cool, dass es das gibt. Ich dachte, das hätten sie rausgenommen, weil es so scheiße ist. Ja, weil es so gut war. Ach. Okay, machen wir mit Torwart? Ja, mit Torwart, mit Torwart. Dann gehe ich Tor. Okay. Wie schieße ich? Gegenspringen. Einfach gegenlaufen, gegenhüpfen. Hechten. Geht ihr direkt nach links, ich gehe auf den Gegnerball. Ihr beide nehmt den hier links, ich gehe hier rüber. Oh mein Gott, ich bin doch gar nicht am Tor angekommen. Okay, gut Team, gut. Okay, okay. Guter Start, guter Start. Wir sind wieder aufteilen auf die Bälle. Nicht, dass die dann Ball umsonst haben. Das ist nicht mein stärkstes Spiel. Was ist das denn? Peter, andere Seite jetzt direkt bei dir. Du musst wieder aufstehen. Ich übernehme links. Okay, ich komme dir helfen, Peter. Oh, der Druck ist da. Ich pushe hier durch. Ah, wir haben aber ihn drüber gespielt. Stark von uns. Da kommt guter Schuss. Der kommt gut. Sehr gut, Ausgleich, Ausgleich. Peter, deiner. Raus aus dem Tor, Peter. Ja, warte. Ich habe hier in der Mitte einen, in der Mitte. Kann keiner helfen? Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, nach rechts außen. Push. Push, 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 push. Okay, ihr seid voll bei denen drin. Let's go, let's go, let's go. Ja, 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 ja. Ich gehe auf den Binnen. Ich gehe links, ich gehe links. Ja, 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 ja. Stopp, stopp, stopp. Ich flank mir den noch selber. Oh, zack. Oh Gott. Der Ball ist weg. Kannst du uns den zuschießen, Peter? Wir müssen den da rüber drücken. Okay, andere Seite, Peter. Andere Seite, Peter. Ich übernimm den. Das ist für mich rechts. Ich bin verwirrt gewesen. Andere Seite ist aber noch eindeutig. Nein! Dann habe ich schon verstanden, davor. Warte, ich gehe mal Dalu helfen. Ja. Ich drängel mich hier durch. Okay, Verlängerung. Golden Goal. Erstmal hier, Defense. Was machen wir da? Wir machen zu zweit Defense. Achtung, Ball kommt, Ball kommt. Ja, ja, warte. Ich lupf. Da habe ich ihn ausgespielt. Nein! Da habe ich ihn so ausgespielt. Okay. In der Entfernung ruckeln die Gegner. Was ist das? Oh, scheiße. Da kommt ein hoher Ball. Peter, komm aus dem Tor. Ich halte ihn fest. Ich halte hier. Ich habe hier festgehalten. Festhalten ist ganz gut gewesen. Ja, ja. Das war nur zur Zeit. Das war der Trick. Oh, da ist der Druck. Da ist der Druck. Ja. Oh. Verdammt. Mitte. Oh. Wie ein Berserker-Spiel. Alles gut. Alles gut. Mal Luna behauptet sich gegen drei Leute. Ja. Peter, deiner? Ja. Ich gehe nach vorne mit dem rechten Ball. Ja, ich komme mit. Oh nein. Oh, oh. Ganz schlecht. Ich gehe links. Ich gehe links. Ja, ich gehe auch links. Mein Gott. Warte, den müssen wir an dem vorbeidrücken irgendwie. Oh, starker Schuss. Starker Schuss. Ich halte fest. Du gehst ran. Hier kommt ein Ball. Hier kommt ein Ball. Oh, das wäre ein guter Schuss. Ah. Es waren wieder drei Leute davor. Ja, ja, ja. Die gehen alle in die Defense. Aber die haben wir. Die haben wir. Die werden mürbe. Deren Akku ist gleich leer. Das ist so einfach. Der Controller. Dritten, dritten. Oh. Wo hat er den einen gerettet? Oh mein Gott. Dritten. Ja. 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 Nice. Oh Gott. Die Switch ist überhitzt. Oh nein. Ja, Mann. Richtig gut. Sehr gut, Leute. Das war das aufregendste Fußballspiel, das ich je in meinem Leben hatte. Boah, war das stark. Aber die waren auch echt gut. Also die haben ja so krass defensive gearbeitet. Und das hat jetzt keine Krone gegeben, das gibt nur 20 Krone. Eine Teilkrone, ja. Ach. Ein Drittel. Weil ich es nicht alleine gemacht habe, oder was? Ja, genau. Achso. Wir können ein neues Muster nehmen. Halte, halte. Achso. Mir fehlen jetzt noch sechs Stück für eine ganze Krone. Haben wir mal schön die erste Runde direkt gewonnen. Das war ja mal mega witzig. Wenn du einen Kronen Battle Pass sehen. Also es gibt so einen dauerhaften Pass da, wenn du Kronen hast. Da kannst du bis zu 4500 Kronen hochgehen. Oh. Ja, das ist der zweite Battle Pass, ne? Ja. Der endet auf 4500. Aber wo kann ich jetzt eigentlich Klamotten shoppen? Ich meine, mit was kriegt man dafür? Dann kriegst du einen goldenen Olymp-Character. Ach. Okay, dein Mikrofon wird immer lauter. Mein Mikrofon ist lauter. Äh, das könnte aber auch, das könnte auch hier bei TeamSpeak, muss man mittlerweile auch einstellen, dass bei einem selber man die anderen nicht lauter hört. Ne, ihr Mikrofon ist lauter, weil es hat lange nichts aufgenommen. Achso, ne. Ich hatte gerade einen Anruf bekommen und ich schätze mal die Wellen sind so reingewellt. Hab ich aber nicht so laut gehört da. Du guck mal bei dir in die Option Wiedergabe. Da macht sich immer selber so ein scheiß Ding an. Nimm mal den neuen Jubel an. Hier, automatische Lautstärkeanpassung. Geht aber aus. Okay, ist aus. Okay, ich hab's mir hier nicht so gehört. Nein, 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 nein. Wo ist das denn? Boah, ich muss auch dieses Mikrofon activated etc. ausmachen. Wie kann man das denn machen? Soundordner löschen. Ernst gemeint. Ne, das geht auch anders. Ja, aber das geht safe. Soundordner auf dem Teamspeak löschen. Ja, okay. Aber du kannst auch einfach bei dem Soundpack bei Meldungen auf Sounds deactivated und dem Server neu joinen. Aber das wäre nicht krass genug für Zalo. Ja. Ja, das hat tatsächlich funktioniert. Ach du meine Güte, das war so einfach. Okay, 4500 Kronen sind aber auch ne Ansage ey. So. Ähm. Müssen wir wieder auf bereit drücken oder? Ja, ne? Äh, bereit. Warte, ich muss mal das mit dem Outfit ändern, guys. Ich würde mir gerne die Master Chief Werbe-Sache kaufen, aber... Die ist schon nicht mehr da, oder? Echt jetzt? Da warst du zu langsam. Och. So, ich bin bereit. Ich hätte dir Zeit mal lieb. Ja, Mauki hat direkt das geschafft mit dem Sound. Hahahaha. Hahahaha. Hände ich kaum noch nicht danach hin. Hahahaha. 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 Aber, aber ich muss auch sagen, Peter hat das sehr gut beschrieben. Also, ich habe es direkt gefunden. Achso, du hast nicht den Sound... Oh, ich dachte, du hättest den Order gelöscht. Ich trau doch nicht, Dalu so. Hahahaha. 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 Potenziell weise. Hahahaha. Potenziell. Hahahaha. Oh, die Streusel sind auch. Danke. Okay. Das kennen wir noch vom Turnier, oder? Oh ja, das kennen wir noch vom Turnier. Also oben bleiben, ne? Ja, das... ja. Ich muss aber auch sagen, die Games im Turnier waren irgendwie alle schwerer. Also haben sich auch schwerer angefühlt. Ja, klar, weil da all diese Content Creator Tryharder waren. Die waren, hatten Erfahrung, ja. Ja, und die hatten alle keine Switch. Ja, wir haben ja den Switch vorgebracht. Aber der Vollgas für die Switch ist schon geil. Das ist das perfekte Spiel für die Switch, finde ich. Ja, das wohl wahr. Funktioniert. Also mich wundert, dass es das auch nicht für den Mobile gibt. Ganz hinten. Dann standen alle recht hinten, oder? Oh Mann. Kann man irgendwie beeinflussen, wie man aufkommt? Ne. Nee. Aber abhängig auch oft davon, wie scheiße ich bin. Manchmal springt man, manchmal lieber nicht. Da wurde ich geblockt! Oh Mann! Ich fass es nicht! Wie bin ich denn jetzt runtergefallen? Ja, wahrscheinlich wurde es auch geblockt. Ja, wahrscheinlich. Also, ich sag jetzt direkt, wie es ist. Ich glaube nicht, dass ich großartig gut durchkomme. Ich gewinne. Alles gut. Ja, bitte. Alter! Alter! Ich bin richtig durchgekommen. Leck mich aber an! Hallo! Ich werde festgehalten! Wow! Stream Sniper! Okay, wir haben aber echt ganz gut Punkte geholt, ne? Yeah! Wir sind grad Platz frei. Du bist sogar durch die Mitte! Leck! Was?! Oh nooo! Oh nooo! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Mau, geh! Da ist das Ziel doch! Da ist doch Ende! Lass es! Ja, ich drehe erst mal wieder um! Ja, erst mal so, nee, das lass ich mir jetzt nicht vom Spiel gefallen. Ich will durch die Mitte. Du bist ja gerade auch schon hoch. Ja! Ich wusste gar nicht, dass man sich so hochziehen muss. Ich hing da einfach nur. Ja, wir sind Grinner. Aber wir sind qualifiziert, oder? Okay. Oh no, Trumposition 3 ist unsere. Jaja. Was? Wie schnell wart ihr denn durch? Na, du hast gewonnen. Gibt es hier auch so extra Punkte wie im Solo-Modus? Das gibt da ja nochmal richtig Push in den Erfahrungspunkten. Ne, ich glaube dieses Erfahrungspunkte anhand deiner Gesamtplatzierung ist raus. Ist einfach nur noch für gespielt. Deswegen gibt es gerade im ersten Spiel immer Leute, die einfach AFK sind. Weil es schneller geht, als das Spiel zu spielen. Moment, aber ist das auch bei dem Solo-Ding raus? Ja, ich glaube du levelst am schnellsten, wenn du gar nichts machst. Alter, was für ein Bullshit. Okay. Das nehme ich mir zu Herzen. Ja, okay, also die Krone gewinnen. Also am Ende der Gewinner zu sein, gibt noch viel. Aber so, wenn du nicht gewinnst, hättest du auch mehr mit AFK sein können. Ah, ich soll Früchte zählen und dann... Oh nein. Wir müssen auf jeden Fall erstmal immer oben bleiben. Weil, oh, die Lava steigt immer während wir die Phase... Früchte zählen. Genau. Vielleicht sollten wir uns die Früchte aufteilen. Also erstmal auf jeden Fall immer auf die Plattform schon. Okay, dann können wir ja aufteilen, wer was zählt. Ich bin echt schlecht in Mathe. Ja, okay. Ich muss nur zählen. Ich zählen. Drei... Äh... Braun... Was auch immer. Granaten sehe ich. Drei Granaten und ein... Fokusnuss. Und jetzt... Okay, jetzt auf die Bildschirme gucken. Da steht dann, wovon gibt es eins oder so. Eins. Wovon gibt es eins? Fokusnuss. Fokusnuss, ja. Ja. Ah ja. Achso, das war keine Orange. Close enough. Da wurde einer runtergeschoben. Jetzt wieder auf die Plattform. Und wieder hoch. Aua, Alter, ich wurde von der Birne getroffen oder so? Ich zähle die grünen Sachen. Eine Juave, vier... Vier Birnen. Zwei Bananen. Zwei Bananen. Zwei Bananen, vier Birnen. Und die andere Zahl bleibt dann... Zwei Bananen. Juave, vier Birnen, zwei Bananen. ратьakt. Zwei Bananen. Vier Birnen. Das war's? Was? Birnen? Birnen, Birnen, Birnen. Boah, dat war... Hier wird geschupst?! Waffe ich, wird sie ein paar Mal geschupst? Okay, klar. Ich zähle diese linken... Moleküle, ein... Ah ne, das machst du, okay. Vier Birnen. Vier Moleküle. Die Moleküle sind keine Frucht, hier werden 3 Granaten und 2 Drachenfrucht. 2 Drachenfrucht, naja 2 Drachenfrucht, naja. 2 mal Drachenfrucht, Drachenfrucht. Es bleiben immer wieder Leute selbstsicher auf den falschen Sachen stehen. Ist mir auch schon passiert. Haben sie ja gezählt. Ich hab die Moleküle gezählt. Da ist einmal meine Zahl dran, ich bin so enttäuscht. Ich hab euch machen lassen. Eigentlich kannst du ja auch einfach nichts tun und darauf gucken, wo die Mehrzahl hingeht. Ja. Formintelligenz, tolles Konzept. Aber dann wird halt auch geschubst so. Immer noch Risiko. Das ist aber gut. War das nicht irgendwie, dass man nur links bleiben soll oder so? Sehr gut, Pascal. Sehr gut. Ja, Pascal, guten Job. Pascal ist stark. Mann, ihr hört aber auch alles, was ihr nicht hören sollt. Und dann mute ich mich, wenn ich mit euch rede. Das ist ja auch schon wieder hier Katastrophe. Ne, ich glaub ja. Dalu, du meintest doch, rechts sei besser oder einfacher. Ja, also bei rechts ist halt diese, da sind manche Spiele sind recht, also diese Mini-Dinger da sind rechts leichter. Aber jetzt am Anfang ist Fles, glaube ich, ganz hier am Rand gelaufen. Guck ihr, ja, normalen müsst ihr jetzt passen. Oh. Oh. Aber das sieht irgendwie schwer aus. Ich mach es trotzdem über die Hämmer. Okay, das... Oh, komm. Ach, komm. Schlag, Köbe. Loll, es wurde beschissen. Ja, ich auch. Oh. War gut. Ich folge dir einfach, Dalu. Ja, und hier, das ist geiles Ding, weil hier kommst du echt schnell durch eigentlich. Wenn du einfach auf die Dinger springst, ne? Oh. Hä? Ich bin doch durch, bitte. Wo bist du? Hä? So kann ich mir über diese Dinger achten. Einfach nicht durchfahren. So schnell. Mann, mein Fallguy fällt aber auch legit immer hin. Also jede Sekunde. Ja. Bin mir mittlerweile unsicher, ob man das nicht doch irgendwie steuern kann. Du musst an meinem Holzbein liegen. Nein, sehr realistisch umgesetzt halt einfach den Skinner. Das ist schon krass und sehr müh. Mein Gott, wieso geht das denn so lang, dieses Level? Das ist doch geil, oder? Ich finde, das ist so was cool. Ja, ich war am Ziel vorbeigefallen. Maluna ist da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh mein Gott, wie kommt man denn da hoch? Schütz! Nein! Du kannst auch rechts die Röhre nehmen. Nein, nein, nein. Au. Ah. Ja. Du kannst auch von da oben auf die Röhre springen. Ja. Ja? Ja? und ich bin von da aus in die röhre stehen und jetzt greifen springen und greifen wir sind sehr qualifizierte spielerinnen und spiele ich werde woanders scheinen du scheinst mach dir doch mal keine sorge jetzt kommt bestimmt wieder so ein survival ding naja daran erinnere ich mich im verändernden lichtverhältnisse sollten sie jetzt vorbei sein war ein bisschen stören für die kamera sie hat losgelassen so wie bevor okay da war doch der trick dahinter zu also dahinter zu springen lesk hat gesagt man muss sich irgendwo aufstellen wo direkt dahinter so ein sprung pad ist wenn du dich anvisieren bis nason kommt und springt da drauf aber dass die bewegen sich das ist ja viel zu schwer habe ich gerade auch festgestellt ich glaube ich versuche in der mitte den zu dort das ist indeed der move einer hat fokus auf mich ich war oben drauf dass man baut ist aber auch so gar nicht stressig ich bin noch drin du hast du gerade im letzten moment rausgeflogen jeder hat mich geschubst das war jetzt entspannter im turnier hatte der eine ja richtig full focus aim assist auf mich das stimmt er hat dich irgendwie fünfmal getroffen und du hast trotzdem überlebt das war richtig krass aber bei dem anderen soll ich vielleicht bis ganz runter springen und ein loch machen habe ich heute nämlich auch auf tik tok gesehen das was jesse gesehen hat aber wenn das bei tik tok angekommen ist dann ist doch schon zu spät ja das ist ja auch einen schönen guten hallo ich glaube ich probiere das jetzt aus okay dann machst du das noch in der mitte ja mitte das heißt bleibt so am rand also dass wir auf jeden fall leute die übelst stress schieben ich mache langsam gleich schon runter blau ist schon wir haben die den blau so schnell gerippt die blaue eben ist einfach schon weg ich bin auf lila die lila doch alleine ja ich mache mir jetzt entschuldigen hier die ebenen werden ja weggefressen ja also unten ist relativ frei schon also auch nicht die mitte sondern da kam jemand auf dieselbe idee wo ist denn dann da unten so okay es ist ganz arsch mittlerweile ich bin ganz ich bin raus nein ich bin raus und ich halte ich kümmere mich um ihn hier ich reiße den tod du hast es geschafft wait, war ich der letzte? ja, da haben wir den ersten noch rausgespissen back to back gewonnen, leute nice let's go, leute der mit der blumen, der wollte uns den siegstreitig machen ja, teamarbeit war das sehr gut hast du den dann festgehalten? ja, wir waren halt denselben weg gegangen, er hatte auch keine plattform mehr ja, sehr gut kriege ich was neues zum anziehen, ich bin so nackt kriege ich jetzt meine krone, oder? boah, der hier levelt mit euch, levelt man ja richtig krass, ey showbugs, flipflops ich kann mal was kaufen mit showbugs ja, chat, geht gut ich habe eine krone ich habe eine krone hier geht es richtig ab der hat einen neuen helden geboren, sieht der wie aus? danke für eure antwort danke für eure antwort stehe da jetzt nicht 5 kronen ab? wo sieht man, wie viele kronen man da eigentlich hat? darkvision und topper harley und gekratos und shadow und manuelk und cookie hat uns verständlich oben der battle pass und dann einmal durchschalten cookie, sag mal ob das mit dem sound ist okay dass der battle pass level und dann hast du das rechts oben das kronen level ja, ich habe sonntag extra schlecht gespielt, weil ich die 10k nicht brauche deswegen wollte ich lieber den anderen ein bisschen was lassen heute nur wins, genau was heißt das? 11 von 13 also 2 2 Siege direkt hintereinander ist schon fucking awesome muss ich sagen ich habe 11 Siege? wann habe ich 11 kronen bekommen? du hast 11 kronen? ja, von 4 free to playzeit vielleicht das macht doch gar keinen Sinn nein hast du 4 free to playzeit noch nicht gespielt? doch ich hatte so 30, 40 Stunden ich hatte eigentlich keine kronen aber ich habe viele punkte halt gesammelt aber ich weiß nicht wie das ja, du konntest damals auch kronen glaube ich auch anders bekommen ah durch die quests ja, weiß ich nicht mehr genau wie das lief aber ich glaube du musstest nicht nur gewinnen für kronen sondern du hast kronen auch anders bekommen battle pass waren die mal drin aber ich weiß nicht ob das immer noch so ist weil damals gab es auch kronen mit Level ok, ja das würde ja Sinn machen also ich habe nie eine Krone gewonnen aber ich habe viel gespielt also die Sachen die gerade im Shop drin sind sind ja richtig hässlich ich finde die auch nicht so geil muss ich leider sagen da ist dein Outfit dabei das ist süß aber der Rest ja das Mädel ne mit der Schleife im Haar das ist cool echt so also du meinst dieses Arbeiter oder ja genau das genau ja das ist ganz nett aber irgendwie ich dachte es gibt vielleicht irgendwie so ein Katzen-Ding auch immer das war jeden Tag was anderes also ich guck doch nicht jeden Tag hier rein ja 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 aber ich meine wenn du halt einmal da skinst hast du dir nicht gefallen calamity Jane finde ich aber auch cool ist das so wie bei Fortnite dass ich dann praktisch jeden Tag ja genau ich hab doch Ahnung von Fortnite Dankeschön ne herzlichen Glückwunsch Pumi sehr gut was hast du von Fortnite äh Ahnung 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 war okay wie viele wie viele Folgen hast du denn schon gespielt das ist jetzt mein danke Dankeschön ja mit dem Turnier ja mit dem Turnier oh das Eis ist auch süß ja ja jetzt ist Dalu nicht mehr der Oger okay ist jetzt Eis weil ich ihn jetzt oft genug hässlich genannt habe wow sah halt aus wie Shrek aber Shrek ist doch nicht hässlich naja also diese Trauer in der Stimme ist Shrek ich fand Shrek schon gut bevor er Mimim war ich bin nämlich der Hipster ich fand's gut bevor es ihn war ja genau du bist nicht schon 20 Jahre alt? boah ja ich bin halt auch nicht so jung Entschuldigung oder 50 oder? nein nicht schon wieder diese doofe 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 eigentlich ist sie cool die ist echt gut eigentlich ja also Moki du hast Unrecht 21 Jahre ach du Scheiße ja da war ich 12 als der rauskam da war ich genau Ziegube älter als die meisten im Chat boah in deinem Fleisch krass heute ist der 21. Geburtstag von Shrek Wahnsinn wie ich halt im Sprung von jemandem getroffen wurde wie ist das möglich? ganz hinten alter wir sind alle am Arsch okay mal du noch ein bisschen mehr als der Rest ja ich bin immer noch oben los Peter ja wir kommen die ganzen Bremseboden ja das haben wir ganz okay gemacht weiter hätte ich fast nicht geschafft ich wäre klar hier war so ein guter point ja Maluna ist auch schon am Stüssel wir sind noch Zweiter damit aber hey wir sind mit der Leistung Zweiter das heißt hier ist ein richtig guter Trupp unterwegs okay nicht der von dem Fisch den ich gerade zuguck das was der Fisch aber gemeint hat habe ich auch mal versucht ich wollte mich auch mal in der Luft am Ende drehen aber du nimmst in den Vorgast dein ganzes Momentum mit also wenn du dich in der Luft drehst dann bremst du halt so 100% ah ok kannst keinen 360 machen am Ende okay vielleicht weiter machen also die kommen da jetzt durch auflaufen laufen die wurden machen ein gutes Schaus das da unten sind die bestimmt die dieser Triads der Master Chief hat meine 3 Minions das da sind die doch das sehe ich doch ich glaube eher die da unten mit diesen fancy skins und der Pommes und so ich glaube bei jedem stehen die woanders tatsächlich Waren die drei, war der Master schief und die drei Minions bei dir unten links, zweite Reihe? Ja, bei mir schon. Ich glaube, das haben die mittlerweile synchron gemacht. Okay, bei den Solo-Games war es nicht so, das haben wir nämlich gestern erst in der Aufnahme nochmal gegengecheckt. Oder wir haben uns missverstanden, Alter, das kann natürlich auch sein. Oh, das war eigentlich echt einfach. Oh Gott. Das geht eigentlich nur geradeaus. Das Ziel ist ja da hinten. Das ist für mich halt weniger schwierig, muss man so denken. Ja, fühle ich. Okay, das Level können wir auch auswendig. Ich finde es schade, dass nicht diese krassen Level kommen, die man eigentlich auch beim Turnier hatte. Das ist auch immer Uhrzeit abhängig, also jede Stunde wechselt die Rotation. Oh, okay. Also, ich weiß nicht wann, ob das jetzt genaue Stunden sind, aber kann sein, dass wir gleich in der zweite Stunde andere Games bekommen. Oh, Wippen. Oh, das ist was Neues. Oh. Zieht euch im Zweifel hoch. Ja, ja, hochziehen lieber. Das kenne ich auch noch gar nicht. Da hat sich einer gedacht, wirklich Wippen ist ne gute Idee. Das Level ist hart alles. Es ist perfekt. Lass das Scheiße machen. Haben wir eigentlich schon mal wieder Wippen eingebaut? Es ist ein gutes Level, aber... Ich finde Wippen gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich finde es auch okay. Na klar, schau ich das. Und der First Place. Jawohl. Ich nehme den Second. Und ich den Dritten. Jawohl. Jo, wir sind ja insane. Boah, richtig gut. Nice. Sag ich doch, Wippen sind nice. Ich bin einfach begeistert. Pure Begeisterung habe ich jetzt hier gerade. Aber das ist eine Team da. Das ist doch der Master Chief gewesen. Der Master Chief war hinter uns ins Ziel gekommen. Der Master Chief und seine drei Minions. Das sind die gefährlich. Wenn jetzt also nicht so irgendein Kack-Random-Game kommt, könnte das sein, dass wir gegen die das Finale haben. Sollen wir Amasha mal schreiben, dass er bald bitte ein neues Turnier machen soll, weil wir jetzt ready sind? Vierer Turnier, bitte. Team Tournament. Ja. Tag Team Tournament. Ich habe jetzt einfach einen Wrestling-Begriff reingeworfen. Was heißt Tag Team nochmal, Peter? Ja, weiß ich nicht so ganz. Tag verbinde ich immer mit fangen. Aber das wäre jetzt wohl... Wobei, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen bei Wrestling. Das ist doch das Unterhaltsamste, denen dabei zugucken, wie sie es nicht hinbekommen. Ja, das ist wohl wahr. Schadenfreude. Da habe ich Mitleid mit dir. Oh. Da, ja, der Master... Wo sind denn die Master Chief Minions? Die sehe ich überhaupt nicht. Doch, doch, da hat er Bohnen neben sich stehen. Einfach normal... Die sind so aufgeteilt und auch noch auf Reihen übergreifend. Also die waren... Aber die haben nicht die Master Chief Minion Skins. Nein, 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 nein. Der hat einfach eine rote Bohne mit diesen Armbändern. Ach so, okay. Der hat drei Stück. Anscheinend gibt es irgendwo einen kostenlosen Skin, wo man aus drei Leuten einen Drachen machen kann. Ja, im Battle Pass. Okay, musst du dann aber freispielen, ne? Ja. Da gibt es doch wieder den Monga-Skin, aber den neuen leider nur. Den abgebissenen... Äh, abgebissen... Ja, den, wenn du deine Leiche bist, genau. Aber der ist doch mega cool. Ja, aber der andere war, dass du ein Imposter bist. Das ist auch cool. Ah, ja, okay. Ich hatte nur eine Kugel. Aber es ist zumindest die bessere Map, als die, die in dem Turnier war, wo jedes zweite Fels so ein Loch war. Oh mein Gott. Also das ist eine Survival-Map, ne? Jede Sekunde ist wichtig. Alter. Die sind aber auch teilweise nicht zum Kredikten, wie die sich gewillt. Ja, ich bin raus. Ja, ich bin raus. Das ist ein Survival-Level, jede Sekunde ist wichtig. Ja, das ändert ja nichts an meine Aussage. Ja, nee, aber Timing ist on point, auf jeden Fall. Wurde halt fies in den Rücken gerollt. Ja, aber no pressure, danke für ihn. Ja, ihr könnt es noch schaffen. Tut mir sehr leid, tut mir sehr leid. Ich habe es da verkackt. Ich bin raus. Okay, dann... Ich bin auch da, ich bin auch da. Ich glaube aber, dass sind wir beide dann raus. Ich werde hier festgehalten. Oh, wie gemein. Nein! Oh! Ich habe hier viele Punkte. Okay. Das sieht nicht gut aus für uns. Das war's, das war's. Scheiße. Ich bin noch hier. Das ist egal, wenn man da... Es ist egal, ob man da drin ist oder nicht. Es ist nicht egal für unser Herz, es ist toll. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es geht ja nur um die Spiele. Oh. Mein Team hat mich zurückgehalten. Oh Gott. Erst liegen nach dem nächsten Menü. Okay, warum jetzt noch nicht? Weil wir dann nicht mehr in der Buche sind. Nee, weil du Punkte bekommst. Hm. Also wenn du jetzt im Ladeball... Jetzt raus. Sonst sollst du halt nur ein paar Sekunden Zeitung machen. Ja, das wollen wir ja nicht. Okay, das war jetzt... Naja. Das war aber auch so ein Random Game. Da können wir uns auch nichts vorwerfen. Laufen. Spiele mit Laufen. Ich bin gestolpert. Ich war halt auch diesmal ein Eis und nicht mehr der gute Bonkus. Ja, ich glaube, das war ein Riesenfehler. Du musst wieder... Am 21. Geburtstag von Shrek musst du auf jeden Fall Shrek sein. Ist nicht Shrek. Äh, sei der Shrek. Kanalisier den Shrek in dir. Bonk-Screen-Bonkus. Hä, ist Bonk-Screen... Das war mein... Das ist mein Random-Name gewesen, den Fall Guys mir gegeben hat. Als die Steam-Namen hier deaktiviert wurden, dann hieß ich Bonk-Screen-Bonkus und hab mir dann den Skin rausgesucht. J. hat's immer noch nicht hingekriegt, seine Accounts zu verknüpfen. Und war die ganze Zeit verwirrt, warum seine Skins weg waren. Das war auch richtig gut. Flop-Flop-Flop-Flop-Flop-Flop-Flop. Ja. Okay Team, we can do it. Dankeschön noch an RP Gangster für den Resub und Jan CS und Baleggy und KnobiFoul und Bruns26, neuer Sub hat Unheiß bekommen, Thelma Ruh, Luis Santuini und alle, die netterweise subben. Das Spiel ist aber halt fake, aber das ist trotzdem ein gutes Spiel. Ja, da sind wir gut auch dran. Einer fragt bei mir gerade im Chat, was ist das Problem für Switch-Spiele? Ja, okay, dann wo soll ich anfangen? Ja, das ist ja immer nur ein Joke. Was relativierst du das denn? Du musst voll-on drauf bleiben. Also in manchen Spielen ist das schrecklich, aber in Fall Guys kann ich es mir nicht vorstellen. In Dead by Daylight zum Beispiel auf der Switch ist es meme. Kann man Balorant auf der Switch spielen? Das wäre spannend. Ich werde direkt festgehalten am Anfang, das ist ein Scream-Sniper-Squad. Oh no. Und Dalu bist aber nochmal an mir vorbeigekommen. Das ist ja auch so random mit den einzelnen Leuten. Oh mein Gott. Schon. Och man. Ich bin übrigens die letzte. Noch nicht. Nur nicht. Nur nicht den Kopf. Okay, ist mich runtergefallen. Ich, obwohl ich am Anfang festgehalten wurde, glaube ich, dass ich erster hätte sein können. Aber nicht bis. Ich bin hingefallen vom Ziel. Ich bin dritter. Ich bin so enttäuscht. Oh, das sieht gar nicht so gut aus für uns. Ja doch doch. Ja. Wenn du hier im ersten Spiel, wenn alle ins Ziel kommen, kannst du eigentlich nicht was tun. Weil so viele schaffen es gar nicht. Der saved. Und dann gibt es immer diesen einen Bot, der in jedem Spiel weiß, dass ich drei Momente hammer. Ich weiß nicht. Das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Don't call me Bot, Junge. Excuse me. Das ist mir gerade passiert. In diesem Spiel. Achso. Die besten elf kommen weiter. Ja, okay. Dann kann man ja gar nicht im ersten Spiel rausfliegen. Ja. Aber das ist ja schön. Bei einem Team, was da 187 Punkte hatte, das war krass. Ich finde das gut, dass wir schon so weit sind, dass wir direkt im ersten Spiel die Teams analysieren und gucken, wer unsere Gegner werden. Weil wir zwei Runden geholt haben. Aber da sind... Oh, einer hat den im Monga-Skin, wo er halb kaputt ist. Oh, den will ich auch haben. Das ist Zufall. Der ist ja auch im Battle Pass und es ist Zufall, ob du den bekommst oder nicht. Pro Runde Zufall? Ja, pro Match. Ach, das bin ich cool. Den Maps kenn ich auch alle. Das ist es nicht. Manu, es geht hier nicht darum, die Maps kennenzulernen, sondern um zu gewinnen. Das ist ein gutes Game. Da am Ende, diese beiden großen Ventilatoren einfach ganz links am Rand laufen. Dann haut euch das Ding nicht runter. Ganz links vorne meinst du? Ich habe schon vergessen. Diese beiden letzten Ventilatoren. Die ganzen hinten. Einfach ganz links die Rampe hoch. Okay, okay. Das zählt auch für den, der quasi einzeln ist. Ja, ja. Also ich sage es euch gleich an, wenn wir da sind. Erstmal, dass ich mir jetzt hier nach vorne bocke. Dann mache ich auch. Bonk. Okay, das hat nicht funktioniert bei mir leider. Mir schon. Mich stört ja das. Mir schon. Gehen wir für den Shortcut. Da habe ich mich nicht getraut. Shortcut ist Mitte. Ja, ja. Mit genug Speed. Und wenn du dann im richtigen Moment springst, kannst du dich da hinten hochziehen. Wobei es auch so echt schnell geht. Und hier einfach ganz links. Ganz links am Rand. Okay. Und zu Not hechten. Was? So krass. Ich bin dann voll reingesprubbt. So, das wollt ihr. Das ist ganz heftig. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der sich jetzt andersrum redet und man nicht rechts muss. Ach, ich werde hier von irgendwelchen fetten Bohnen einfach ge... Ach, man muss sich hinlegen. Oh no. Du musst drauf liegen auf der Rampe, weil das ist ja ein Laufwand. Ich bin jetzt hier zu doof mit der Rampe. So, Peter. Ja, Hammer. Ich bin auch hinter euch. Oh, wir brauchen... Ja, okay, sind erst zwei Team drin. Mir geht's gut. Wo hat man da mal ein Spielchen gesummt, als ich durchs Ziel gegangen bin? Das war ja weird. Oh nein. Oh okay. Wundervoll geht's mir. Danke schön. Jawoll. Jawoll. Einer. Wieso gut? Weil ich diese Maps kenne. Ich hätte das Turnier auch komplett rasiert, Kappa. Wenn das diese Maps gewesen wären, ne? Hätte ich euch nicht enttäuscht. Okay. Deswegen willst du unbedingt die anderen Maps. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin die einzige hier aus dem Team, die keinen Punkt mitgenommen hat. Also, ich glaube... Oh ja, Jessie hat Geburtstag. Ja. Ja, Jessie hat Geburtstag. Ja, Jessie hat Geburtstag. Habe ich aber auch noch nicht gratuliert. Da gibt's ein Waschbärkostüm. Und ein Koala-Kostüm. Ich finde das Koala-Kostüm sieht so süß aus. Oh, das ist dieses mit dem Schießen und der Wippe, ne? Ja, Puder, süß hier. Ich glaube auch, es gibt ne Wippe hier. Und Kanonen, drei Stück. Das ist was Neues. Was kriegen wir denn? Ich bin raus. Laber doch nicht. Jetzt bin ich raus, ich bin tot. Ja. Oh! Ich glaube, wir haben Hockey verloren. Ja, und damit sind wir gerade schon ausgeschieden. Einer von den Top-3-Teams muss schnell rauskommen. Sonst machen die jede Sekunde einen Punkt mehr als wir. Schubsi, 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 schubsi. Oh, die machen sogar viel mehr Punkte pro Sekunde als wir. Ernsthaft? Ja, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, warte. Ich glaube, da sind zwei raus aus Team 3. Ja, ja, wir holen auf, wir holen auf. Einmal konzentrieren. Wir sind wieder dabei, wir sind wieder dabei. Ja, ja. Jetzt wird's aber auch wild hier. Ich steh hier einfach nur, wirklich. Okay, ich habe einfach die falsche Position. Kommt, kommt, Schrono, und ich werde festgehalten. Nein. Aber du bist noch da? Ja. Ich steh hier legit nur. Wieso kann sie einfach stehen und ich habe hier Schiss um mein Leben? Nein. Der halbe Among Us läuft hier rum. Nein. Boah, Alter. Leck mich am Arsch. Das war so knapp. Save, save. Egal, was jetzt passiert, wenn ich mir rausfliege. Ich wurde wieder fest, ich wurde festgehalten hier. Ich spring einfach rein ins Wasser. Alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uiuiuiuiuiui. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was mich überhaupt runtergeworfen hat. Es gibt ein Vierer Squad, die sind einfach alle vier rot. Ja, ich glaube, das sind die Besten. Ja, ich glaube, das sind die Besten. Nun so als Switch-Standard. Und dann ist das hier. Das machen sie ernst. Oh, das ist aber ein gutes. Ja. Oh ja, das ist finde ich auch schwer, obwohl ich es schon kenne. Ich mag diese paar Codingen gar nicht. Hier kann man auch abkürzen an dem ersten Dreieck. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Also je nachdem, wo du startest. Hier ist wirklich wichtig, einfach nur ins Ziel zu kommen. Weil die werden wahrscheinlich für die sterben. Das ist mein erstes Mal dieses Level. Also... Mach lieber safe als schnell. Also... Also hier steigt halt durchgehend das Wasser. So, du hast nicht ewig Zeit. Ein Rennen. Ja, und wir starten... Oh, wir starten auch noch Kacke. Gehen alle für die abkürzen, oder? Oh mein Gott. Bonkus. Ist als einziger für die Abkürzung gegangen. Let's go. Wir haben schon eine Person verloren. Wen? Dich? Oder was? Nein, nein, nein. Also... Irgendeiner ist gefallen. Kann man hier auch abkürzen? Okay, das hat so halb gut funktioniert. Ach, ich gehe einfach den normalen Weg. Danke. 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 Ach, Mann. Da kann man nicht einfach... Na? Das ist so dumm. Oh nein! Oh nein! Ich war erster! Nein! Bonkus wollte zu viel. So kennt man ihn. Maluna, lass mich mal hoch. Ach, Mann! Jetzt hast du mich runter. Ich hab gar nichts. Was passiert hier? Hallo. Du hast gar nichts gemacht. Du hast alles... Boah! Maluna, erzähl wieder Quatsch. Du musst aufpassen. Du bist mal aufpassen. Du bist mal aufpassen. Maluna... 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 Maluna wieder... Nein, 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 nein! Bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, bitte nicht! Ich hasse dich. Ach, Maluna, was sehe ich denn da? Ach, Mauki! Es lief so gut bis hierhin. Oh... Okay, ich schaff das aber. Also, nur die Top-2-Teams kommen durch. Wir müssen die Punkte sammeln. Also... Ich laufe. Ich renne. Ich sprinte. Ich sterbe. Maluna... Ich komm da nicht rein! Oh mein Gott. Es ging einfach nicht. Das war zu schnell. Oh mein Gott. Ich mein, wir haben 27 Punkte. Wir sind aktuell die... Wir haben... Wir sind die ersten gewesen. Ja, ja. So weit wie möglich gekommen. Nein, 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 nein. Ich bin immer bei diesen Dingern, die einem so runterschieben, runtergefallen. Ja, haben wir gesehen. Mehrmals. Aham! Konntest du so tun wie... Oh, das ist nur ein 3er-Team. Das ist eine disconnected... Oh mein Gott! Die Chance! Ja, da wird einer disconnected sein von dem 4er-Team, weil der als erstes rausgeflogen ist und dachte, das schafft die nicht. Jetzt Fußball! Dann wäre es umso peinlicher. Das stimmt. Oh ja, okay. Ja, das könnten auch die gewinnen. Becke Hex können die A gewinnen und B, wir sind nur sieben. Das dauert lange. Ganz runter zu gehen könnte nach hinten groß gehen. Ja, lass einfach oben bleiben. Ich spiele das jetzt auch langsam. Okay. Viele... Oh, Alter. Sehr viele Ebenen. Ja, stimmt. Jeder von uns könnte einen von denen mit in den Tod rein. Actually smart. Ja, aber trau ich mir nicht zu, da hinten zu kommen. Auf der letzten Ebene, wenn da noch zwei von uns stehen. Aber ich weiß nicht, ob ich da für einen Tackle gehe. Ja, okay. Du würdest das wahrscheinlich auch hinbekommen. Ja, ich lauf mal, dann kannst du hier ein bisschen... Okay, wir sind alleine auf der Ebene. Es macht keinen Sinn mehr, das wegzulaufen. Ich bin auf Lila. Ich mach mal Lila, so ein bisschen Kleini. Im Optimalfall würde einer drauf achten, auf welcher Ebene Gegner sind. Nein, nein, mach das nicht, Mauki, bitte. Oh mein Gott. Dass wir uns nicht sabotieren. Oh nein. Aber ich glaube, das ist schon zu schrecklich. Ich mach mal. Also ein Gegner ist auf... Zwei Gegner sind auf Gelb. Wenn zum Beispiel keiner mehr auf Lila ist, geht ihr doch von Lila runter. Weil ich bin ja noch über euch, dann hab ich doch mehr Zeit. Weißt du? Zwei von denen machen blau auf. Ich mach blau. Oh, warte. Ja, wenn jetzt kein... Von denen ist noch einer auf Gelb oben. Den müssen wir runterkommen. Nein, Mauki, mach mal nicht blau. Mach mal chillig. Mach mal chillig einfach. Okay. Wir sind die einzigen auf blau. Wir können uns doch jetzt hier Zeit schicken. Ja, aber wenn ihr die einzigen auf blau seid, Peter, dann geht doch schon weiter runter, damit wir mehr Platz haben auf der Ebene. Verstehst du? Ja, aber von denen sind die teilweise schon zwei weiter runter. Ich dachte, wir wollen einfach Zeit bekommen. Ja, aber so hat ja einer von uns ewig Zeit, weißt du? Wenn du runter gehst, Peter, und Maluna auch, dann hab ich ja eine Stunde auf blau. Ich verstehe. Ich bin letzte Ebene jetzt. Was? Ja. Ich bin immer noch oben auf blau. Und ich hab hier alles. Ich hab die ganze Map noch. Ich stress den gerade hier. Aber einer von denen ist auf lila noch. Ja, ich hab lila leider nicht mehr. Zwei von denen sind tot. Ja, ich glaub, von uns ist da keiner mehr. Ihr seid runter dem. Ja, ich bin letzte Ebene jetzt. Ja, ja, aber ja. Ich geh mal rechts alles leer machen, Mauki, okay? Ja, ja. Das dauert ewig. Ich versuch mal links zu sterben. Ich glaub, ich muss ihn battlen eigentlich. Ich glaub, ich muss blau aufgeben. Okay, ich bin noch blau. Ja. Nicht, nicht rennen, Mauki. Nicht rennen. Wir müssen hier überleben. Okay, okay. Er ist runtergefallen. Der eine ist runtergefallen. Von denen lebt nur noch... Ich sterb einfach. Lebt von denen überhaupt noch einer? Es sind vier ausgeschieden. Drei von den Gegnern. Seht ihr noch wen? Ich seh keinen mehr. Ich seh noch Maluna. Es sind ausgeschieden vier von sechs. Wir haben das auf jeden Fall geholt. Hey, der du weißt, was zu tun ist, ne? Ich soll Maluna jetzt einfach mit in den Tod reißen? Nein, okay. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay. Ich kann nicht bei diesem Spiel ruhig bleiben. Ich hab einen Herzlack von einem Eichhörn. Wir haben uns einfach gegenseitig sabotiert vor oben. Ich war so die ganze Zeit, ah, ich werd ihn umbringen. Oh nein, das ist Maluna. Okay, Team. Ich muss mal kurz fünf Minuten AFK, ja? Ich muss auch eine Pause machen. Okay, dann sehen wir uns sofort wieder. Yes. Kein Stress. Chat. Das ist Ultra-Hart-Scheiße. Ich bin sofort fischig. Ich hab natürlich nicht auch wieder mit euch im Aufmerksamkeit gesetzt. Ich hoffe, dass ich weiterhัbth mache. Das ist das vom Schwer%unternehmen. Ist das echt anders? Genau, das ist doch haltbar. Ich hab wieder auf meine Sprechen gekauft. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Du bist du verestructig. Und kommst dir das zur Verfügung. Du bist du das mal dabei. Und ja das ist ja nicht so. Und jetzt bitte. Du bist da? Oh mein Gott. Du bist da. Dannen Sie mich nicht so. Ich sage, das ist ja nicht so. Du bist du das. Das ist ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Ich werde länger spielen, aber ihr geht einfach, wann ihr geht, oder? Das wird nix, die Wippe fällt, oder? Mir auch, Alter. Peter, wir waren gerade auf derselben Wippe. Ich bin fast runtergefallen. Ich auch. Ja, das war echt übel. Hä? Pustest du deine Bohnen an? Ich, ähm, also so ein bisschen wie wehen gerade. Hm, achso, kennst du, also... Das haben wir zu viele. Scheiße. Diese Wippe will sich einfach nicht bewegen. Cool. Pustest du? Pustest du? Weil zu viele von Geld rüberspringen. Oh, fuck you, Tauber. Hm, hm, komm schon. Das sind wieder zu viele. Da sind nur vier Leute drauf. Das ist so dumm. Okay. Ja, bisher ist auch nur einer von uns drin. Ich wollte gerade sagen, wir waren mit Truppposition 8, weil keiner im Ziel war. Ja? Alter, die und alle laufen los. Welche Bohnen? Das sind doch alles Bohnen, oder nicht? Die Bohnen heißen die gerade? Fall Guys. Ich glaube, das sind die. Weißen die aber auch nur so, weil es der im Herbst rauskommt. Hm. Ah, nein! Ja, deswegen heißt es der Fall Guys. Summer Guys kommt auch noch, dann im Sommer. Das ist witzig. Du machst mich wahnsinnig. Ich dachte, das wäre ganz so ein witziger Fakt. Aber okay. Ich habe gesehen, Jan ist dann relativ vieles Hass verständigt. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr gut. Dankeschön. Danke. Ja, die sollen irgendwie um die 1,80 groß sein, hat der Entwickler mal gesagt. Ja, stimmt. Es gab am Anfang so ein paar Scale-Bilder. Ja. 1,80? Die sind riesig. Ja, dann ist ja diese Map ja noch riesiger. Ja, einfach diese Bohnen größer als Ältest. Ich finde es auch gut, dass wir von Wippen zu Wippen gehen. Oh, nee. Das war aber gemein im Turnier. Ja, da kam ich nicht mal weit. Okay, der mittlere Weg da, du meintest, wäre der super viel schnellste, ne? Nee, schneller ist er halt, weil du sparst dir halt wirklich ein bisschen Weg. Also es war zumindest im Turnier. Also wahrscheinlich hier, also ich muss hier zu rechts und dann schnell nach links, da wo diese größere Bohnen ist. Ich glaube, die Wippen hier sind aber trotzdem besser, weil die nie so hoch gehen, dass du... Dass du fällst, ja. Ja, dass du auch einfach nicht mehr draufspringen kannst, oder? Das sieht schon sehr kassig aus. Aber es hat trotzdem easy geklappt, als zu laufen. Also du kannst trotzdem laufen. So werden die Wippen wenigstens noch los. Oh, Gott. Das ist ganz geil, wenn du vorne bist. Äh, was, da war einfach nichts. Ja, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Habe ich aber auch gerade erst gemerkt. Ja, wie wär's mit Infos? Ja, okay. Mein Team macht keine Calls, einfach GG. Äh, ich war zu beschäftigt mit mir selbst. Sorry. Das war wieder ein Timing, wie's immer noch steht. Ich will raus. Einfach nur einmal in diesem Level zum Ziel kommen. Das wäre einfach schon... Schafft einer von euch? Das dauert noch ein bisschen. Also, ich, ja, ich schaff's. Ja, 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 ja. Ich schaff's vielleicht auch. Wobei, ich bin noch sehr weit entfernt. Jetzt drin. Yes. Ich bin drin. Sehr gut. Ich bin noch nicht drin, aber I'm on my way. Die besten sieben kommen weiter. Aktuell sind wir fünf mit zwei drin. Dalo nicht drin. Nee, nee. Das ist richtig. Okay, komm mal, Luna. I'm on my way. Ich schaff's aber auch noch. So einen Point kriegen wir noch. Ja, sehr gut. Das sind noch gar nicht so wenige Points, die man bekommt jetzt noch. Ich finde, diese Flip-Flops sollten wir beim Laufen sounds machen. Okay, ja doch. Das müsste eigentlich reichen, oder? Da. Aber ich diesen Hotdog sehe ja wirklich. Der Hotdog hat sich gerade richtig gesaved bei mir. Das sah gut aus, aber das war scheiße. Ja, richtig. Ist da jetzt nicht aber auch irgendwann die Zeit abgenommen, oder? Ja, ja. Ja, aber lässt sich gerade noch zu viel Zeit für meinen Geschmack. Der Hotdog ist verzweifelt. Verzweifelter Hotdog. Er hat mal ein guter Juke und dann war's wieder Kacke. Guck mir den mit dem Zylinder an. Also, das ist ein Hot. Das ist der Twitch Prime Skin, der irgendwie bei mir nicht ankommt. Ja, die haben den auch nicht mehr. Der neue Twitch Prime Skin ist mega Kacke. Ja, ich hab auf Abholen dreimal gedrückt, Account dreimal miteinander verbunden. Geht trotzdem nicht. Obwohl der echt cool ist, muss ich sagen. Das tut mir leid für dich. Ciao, Sigmund. Affroyd. Okay. Na endlich. We did it. Knapp, aber we did it. Was ich noch witzig finde, wenn es Elo geben würde. Boah, geil. Competitive Fall Guys. Finde ich gut. So richtig mit Ranked und allem? Ja. Das ist so richtig. So richtig, sodass man nur noch gegen Leute spielt, die auf demselben Niveau man selbst halt quasi. Boah, ich glaube, Stream-Sniping würde dann noch schlimmer werden. Wobei, MMR gibt's ja laut Vlesk. Also, dass du bei Solo zumindest mit ähnlich Stärken verknüpft wirst. Weiß aber nicht, ob das nur ein Gerücht ist. Das wär natürlich krass. Ranked Switch Gamer ist der unterste Ranked. Und bei meinem Chat gibt's Skill-Based Matchmaking. Oh, je. Oh, fuck, du wirst hier beschossen. Warte mal, was ist denn dann die Taktik? Oh, die Leute halten schon fest. Ich weiß nicht, gibt's hier ne Taktik? Normalerweise laufe ich immer mit, aber mit den Kanonen finde ich das dann zu schwer. Komm schon. Hier wird man richtig festgehalten. Komm wieder. Du musst durchhalten. Ja. Da fallen sie gerade wie fliegen. Ich fall mit. Ich werd von diesem Werbe auf die ganze festgehalten. Das sieht schlecht aus, mal Luna. Nee. Obwohl, wir sind noch genau drin. Ich bin jetzt aber raus. Ich bin noch da. Die Dinger kamen genau perfekt zeitgleich. Oh, wow. Einer ist, es ist auch nur noch einer von Team 4 drin. Das heißt, je länger du überlebst. Hör dich gerade auch doppelt. Warum? Ja, Voice Chat wird angegangen. Ich bin raus. Du musst den Sound vom Voice Chat bei dir in den Einstellungen komplett ausmachen. Einstellungen, Chat betreten, nee. Ton? Ja, Ton und dann ganz unten. Ja, und dann noch den Sound auf Null setzen. Ah. Au. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Noch mal gemacht. Das ist viel schwieriger, wenn du währenddessen beschossen wirst. Hätte ich nicht. War schon richtig gemein. Riecht wie ein Volleyball. Das ist eigentlich bei dem Duo-Spielmodus genauso, dass man quasi die normalen Spiele hat, aber dann als Team weiterkommt. Ja. Ich glaube, ja. Okay. Diese Folge als Team-Games sind einfach nicht... Oh, das ist schrecklich. Okay. Danke auch euch, Chat. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur nicht sterben. Es ist echt einfach. Das ist so random. Random. Oh, und dann, das finde ich, ist auch nur das schwerste Level überhaupt, weil du keine Chance hast, zu überleben, wenn du getroffen wirst. Aber es ist nur eine Kugel mit einer Kanone, oder? Nee, dann kommen eigentlich zwei raus. Ach, scheiße. Die kommen nur versetzt raus, glaube ich. Einmal hatten wir es auch nur das eine raus. Ja, aber da habe ich aber gehört, dass das ein Bug war. Ich hatte auch schon mal dieses Rhino-Spiel, wo nur ein Nashorn haben. Ja, es kommen zwei raus. Oh mein Gott. Die Kugel rollt aber auch physikalisch nicht korrekt. Nein, natürlich nicht korrekt. Das ist absoluter Bullshit. Wir haben ein ganz schlechtes, ein ganz schlechter Nagel. Vor allen Dingen, ich bin einfach stehen geblieben. Das sah gut aus. Und dann ist das schlecht aus. Ja, ich glaube, Mauke war die Einzige, die bis dato raus war. Wir müssen wirklich noch lange durchhalten. Da müssen echt noch viele raus. Nee, da ist noch jemand raus. Ja, jetzt gerade, ja. Noch einer. Wenn wir Glück haben, ist das aus einem Team. Jetzt kommen aber nur zwei weiter. Genau, wir holen aber auf. Aber ein Team macht genauso viele Punkte wie wir. Also man müsste jetzt, wenn gerade einer nicht aufpassen. Ich glaube, die gucken gerade nicht hin, da kann man schubsen. Ich habe zwei gekillt. Wir führen. Oh Gott. Mein Bruder und ich machen halt einfach easy. Die Kugel war sehr gut, Dalu. Jawoller. Die haben beide nur auf die Kugeln geachtet. Und ich habe einfach beide schnell umgebracht. Das war das Schlimmste, was ich je on-screen gesehen habe. Hast du ein Assassin, Dalu? Einfach ein Assassin. Ich will ihn mal einfach nicht als Feind. Oh mein Gott. Das war eine gefährliche Ecke, wo wir da standen. Ein gefährliches Klasse. Fußball. Okay. Gleiche Aufteilung wie gerade. Komm, wir können das schaffen. Die Taten sind beide schon gleich. Ja, 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 ja. Jetzt kommst du wieder so, Mirki. Die hassen dich einfach so sehr. Ich muss jetzt erst kurz in den Einstellungen hier im Voicestad ausmachen. Das ist katastrophal. Drei und vier, fünf, fünfmal. Warum hast du das nicht gemacht, als wir es achtmal angesprochen haben? Ja, weil jedes Mal in den Loading-Screens kannst du es nicht. Und in den In-Game muss man sich halt in-game konzentrieren. Wir waren aber schon dreimal wieder in der Lobby gewesen. Das ist das Fingerhals-Spiel. So, jetzt bin ich ready. Geh mal rechte Seite. Einer muss Tor, 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 Tor. Ja, ich bin Tor. Das ist nicht das Tor und das war auf die falsche Richtung. Danke. Das habe ich ja noch gemerkt. Oh, 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 oh. Oh nein. Okay. Ja? Einer ist reingegangen. Ja, aber wir sind auch vorne gut dabei. Äh, Ansichtssache. Ich mache den hier zu prallen. Ich mache da einen schönen Lupfer. Ja, Eigentor sogar. Das war ein Tor von mir, danke. Also ja, aber er hat noch was zu rühren. Der Ball ist wieder nach vorne. Ja, und ich schicke ihn wieder zurück. Der Einen schafft es den. Ach so, der kommt richtig. Manche von denen werfen den richtig hoch, den Ball. Könnt ihr versuchen, den auf die... Oh mein Gott. Weil sie hechten in den Ball rein. Warte, ich mache gerade ein Tor. Dann mach das jetzt auch. Achtung, Ball in der Mitte. Ball in der Mitte ist immer gefährlich. Weil das ist ein gerade Schuss. Habt ihr nicht geschafft. Kann man versuchen, die auf die Schaltflächen zu machen? Die sind vielleicht... Weil die bei uns ballert aufs Tor. Ja! Okay, warte, warte, warte. Jetzt kann ich direkt ein Anschluss-Tor. Zack! Oh, die passen echt nicht gut auf. Ja! Mach den rein, war okay. Und zack! Komm, Leute, da vorne sind die Bälle. Oh, da kommt... Einfach nur überleben. Einfach nur überleben. Ich muss nach rechts gucken! Essig, jawoll! Sehr gut! Vielen, das war eine Gute! Sehr gut! Ja, war... Heute macht am meisten Spaß. Das ist gut, ne? Das macht am meisten Spaß. Da hat sich deren Opfer in dem Eislevel ja dann doch noch gelohnt. Das war nicht großartig. So! Ja, ich werde für immer an sie denken. Ich kann zwar nicht ihren Namen mal sagen. Na, ne Kronen! Hä? Na, ne Kronen? Ja, du hast wahrscheinlich irgendein Achievement freigeschaltet, wodurch du jetzt gerade recht viele Kronenteile bekommst. Habe ich nämlich auch... Also vier Kronen habe ich mir gerade geholt durch das... Niederlead schlagen, okay? Dadurch geiles Korallenmuster freigeschaltet. Danke. Ja, ne. Oh! Nein, kein fucking Sprach-Chat, Alter! Ja? Wenn ihr noch Zeit habt? Ja! Einer geht noch! Gib, gib, gib! Aber 15 Kronen jetzt, was ist da los, ey? Sehr gut! Und du müsstest auf bereit machen, Maluna. Hey, ich bin bei mir auf bereit, oder? Ne, glaube ich nicht. Also das halte ich auch für eine gewagte These. Ja, und ich gucke sie in meinen Stream und dann sagen sie... Guck mal, bereit, Chat, ihr seht das, ne? Mach mal abbrechen und dann nochmal bereit. Habe ich. Hä? Geh mal in den Shop und dann geh mal wieder aus dem Shop. Und dann mach mal bereit. Habe ich. Maluna, wenn du nicht willst, sag's einfach, ne? Maluna, wenn du nicht willst, sag's einfach, ne? Ich, ich, ich... So, es ist halt wirklich so. Er sagt doch einfach mal, Maluna, wenn du keinen Bock hast. Ich, ich, okay, ich leave einmal und dann ladet mich nochmal ein, oder so. Dann müsst ihr aber auf nicht bereit klicken. So. Muss eigentlich abbrechen, du gehst. Äh, abbrechen. Äh, abbrechen. Bei, bei der Gruppe öffnen und dann ist ne Tür unten links. Ich nehm einfach deine Einladung an. Easy. Ja, ja. Ich mach noch an Maoki eine. Habt ihr es gesehen, die Einladung? Maoki, hast du sie auch gesehen? Ja. Ja. Oh nein, das wird nichts mehr, glaub ich. Oh nein. Ja. Ja. Weiß ich nicht, ob das geht. Theoretisch kann man, kann ich ja nur per, per Epic joinen. Hab ich dir ne Anfrage? Ne, das ist... Wir haben das denn gerade gemacht. Maluna, ich hab eingeladen. Maoki, ich hab dich eingeladen. Jos. Moment. Du musst nur im Hauptmenü oben rechts den Knopf drücken. Ja, Papa! Kommt nichts. Das ist ganz einfach. Das ist ja so ein Hack. Chat, ihr seht das doch. Da ploppt nichts auf, oder? Ihr seht das doch, Chat. Danke. Jetzt ist wieder Chat Zeuge. Chat sei Zeuge. Sag dem Mann, dass ich das nicht schuld bin. Aber das hat doch gerade auch geklappt, Dalo. Hattest du da eingeladen? Ja, ich hab's eingeladen. Ich hab's eingeladen. Ich hab's eingeladen. Ich hab's eingeladen. Danke. Dankeschön. Danke. Ich höre was. Aber das ist halt... Malunas Einladung. Kann es sein, dass du noch in der Gruppe bist und deswegen keinen weit gekommen? Ne, ich bin da rausgeliebt. Sonst, Mauki, lad du uns doch alle ein. Okay. Geht nicht. Oh. Weil ich hab ja nur Dalo. Ja, dann lad mich doch mal ein. Ähm. Mhm. Ja. Bin dabei. Mhm. Mhm. Was ist das Problem? Du weißt nicht, wie man den einlädt. Auf Plus. Da unten ist so ein Plus. Du siehst du im Hauptmenü. Geh mal weg da, wo du grad bist. Mach das Fenster aber zu unten. Dieses rosane Plus. Wo Shift F3 steht. Ja, ja. Okay. Und da war ich gerade schon. Mach mal Team Viewer. Also das funktioniert, ich lad Pena mal ein, ich lad mal Luna mal ein und du starte mal das Spiel neu. Oh Mann. Guck mal, die anderen können das direkt annehmen. Das ist bestimmt wie bei dir bei Uno. Ich bin einfach ein Epic Loser. Einfach nur, weil ich das halt nicht per Epic habe. Ich hab die Einladung sogar über Steam und über Epic bekommen. Ja. Verstehe. Also richtig doppelt. Ich werde jetzt demnächst mal Steam Neunster lernen, bevor ich anfange zu weinen. Mauki hauptberuflich Streamer. Das heißt ja nix. Du darfst Chatting. Und darin bin ich ziemlich gut, okay? Ich guck mir das jetzt auch mal an. Bei dir ist einfach black screened. Ich dachte ja gerade mal. Ich dachte ja gerade mal. Danke. 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 Ah, ja hab ich seh was. Okay. Ja, seht ihr, seht ihr. Hast du's auf der Switch? Das lädt ja alles unendlich lange. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt der ein weiterer. Jaaaa! Was denn? Worüber freue ich mich. Ich hab die noch nicht eingeladen. Oh. Aber ich kann dich einladen. Ja, das ändert nichts. Das kommt hier nicht an. Ja gut, aber das bedeutet, dass es jetzt wieder funktioniert. Okay. Weil dieser Button mit dem Einladen war noch nicht einmal existent. Da ist er. Da ist er. Schnell, schnell, schnell. Ich bin bereit. Das war wahrscheinlich einfach ein Ding, was man rebooten muss. Hä? Ich bin doch bereit. Wer ist denn jetzt nicht bereit? Wir sind alle bereit. Ne. Jetzt ist keiner bereit außer dir. Irgendwie ist die Lobby verbargt bei mir. Können wir mal alle neu starten? Alle das Spiel neu starten. Hey. Ich glaube ich schaffe das nicht mehr. Ahaha! Okay. Also ich hab's ja gerade neu gestartet. Das heißt, das ist von mir zu mir. Und wir lieben gerade die Gruppe oder was? Es gibt einen Fall Guys Tracker? Ist das euer R? Fall Guys Tracker für was? Fall Guys Tracker tracks your performance during the game to make sure you can prove the crown. These crowns wins. Stream konnte ihre letzten Speicherstände für nicht mit der Stream Cloud synchronisieren. Das war eine riesige Fliege, die wollte mich aufessen. Mein Schatz sagt, das gab's früher wohl auch das Problem. Es liegt nicht an... Ja, vielleicht auch. Nein. Ja, ich bin wieder ingame. Ich auch. Peter eingeladen. Auch hier eingeladen. Ihr könnt ja auch schon mal Ready drücken. Einfach nur, ob es klappen würde. Mhm. Ja. Ich sehe, dass Peter angenommen hat. War Luna noch nicht da? Ja. Ja, mein Spiel... Mein Spiel lädt nicht. Ja, sonst macht er einfach jetzt ohne mich. Dann... Dann kriegen wir einen Random Dude, oder? Nee. Ihr könnt doch noch zu 3... Nee, stimmt. Wir gehen zu 3 rein. Wir gehen zu 3 rein. Elfte Runde. Wir carry'n einfach den vierten. Ja, ich bin da, warte. Was? Was? Zurück! 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 Nee, 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 nee! Alles gut, wenn ich... Wir haben zurückgemacht. Nee, 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 nee. So leicht entkommst du. Eingeladen. Ich brauche noch mal eine Einladungssendung. Ich bin eingeladen. Bitte sagt mir, dass ihr noch nicht bereit seid. So, jetzt habe ich bereit gekickt. Okay, ich sehe das. Nee, Maluna ist nicht bereit. Wurde aber nicht angezeigt. Wurde aber nicht angezeigt. Doch, es wurde ganz am Ende. So ein Ticken. Und dann sind wir direkt im Game. Jetzt machen wir's. Dankeschön, Marius, für den Resub. Und Fossi Bombera für 10 Euro Trinkgeld. Dankeschön. Wow! Noxger 90. Hat sich gelohnt. Ja. Wie machst du das bei unseren sonstigen Lobbys, wo du nicht pünktlich bist? Ich bin immer pünktlich! Schreib da bitte nichts auf Twitter drüber, sonst gibt's richtig Ärger von Maluna. Ja! Die Zeiten sind so lange schon vorbei. Wollen wir trotzdem jedes Mal anhören. Und dann kommt irgendwelche Twitter-Warrior, die mir dann erzählen, dass ich meine Freunde nicht wertschätze. Oh mein Gott! Ja, wahrlich! Auf des Wellen, Alter! Ja, das hab ich geschrieben, aber ich dachte, du kennst... Nein! Ja, ich mein' da, Luca! Ich hab' da, Luca! Ja, ich hab' da... Ich hab' da... Ich hab' da... Okay, nicht schon wieder dieses Dreckslevel. Hallo? Es ist wirklich schrecklich! Ich kann nicht oben bleiben! Ja... Und wir starten auch noch ganz hinten! Aber wirklich! Und ich seh' nur drei... Ne, wir sind vier... Maluna schon weg! Ja... Tschüss! Bin hingefallen! Letzter! Ich glaub' man muss springen drücken! Damit man nicht hinbleibt! Ganz wilde Tür, guckig genug! Würde aber nicht zum Namen des Spiels! Wenn ja die Jump-Geist... Wuuu! 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 Alter, jetzt blockt mich doch nicht alle! Mann! Wuuu! Da ist schon wieder einer, der hängt die ganze Zeit mit dem Haar... Au, das ist das B... Alter! Ich werd aber auch zu Tode geblockt, ey! Wuuu! 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 Das war richtig wack einfach nur! Solange wir nicht rausfliegen, ist alles gut! Ja! Was macht der denn? Der fischt die ganze Zeit! Der ist doch der einzige, oder? Der ist das... Der zieht jetzt alles in die Länge! Und Flesk wartet! Guck mal, der macht den Speedrun! Der will ja nicht zu spät kommen, ich versteh das! Ja! Okay! Weißt du mittlerweile, was das ist, was ihr da jetzt macht, Maluna? Ich glaub so Party-Games! Ja, genau! Ah, okay! Bist du da auch bei Dalu? Nee! Na, Pain, ne? Wurde ich gefragt! Wow! Ja, ich auch nicht! Ja, ich frag Dalu nicht mehr so aus dem Korb! Boah! Wow! Wir haben geschossen! Aha! Oh nein! Das ist wieder so eins von diesen Dingern! Ja, von den Spielen! Minigame! Ja, aber das ist wie mit den Ringen! Ja, aber nicht so kacke! Ich hab da nur Vlesk zugeschaut! Schön aufteilen! Jeweils zwei zu den Dingern, wo immer die Ding sind! Mhm, das ist smart! Also zwei nach rechts! Ich geh nach rechts! Ich geh nach rechts! Wo ist die andere? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Von links! Wo gehst du, Maluna? Ich geh an den roten Boxern schon entlang! Okay, dann sind wir jetzt hier zu dritt! Das sind goldner! Nee, ich hüpfe mit Frau und hier rum! Okay, gut! Weckst du den goldenen? Nee, da weiß ich nicht wieder! Ich weiß nicht, wie man höher springt, als diese Jumppads einen Boost! Ich glaub, die sind weg hier, oder? Ja! Hier ist nix! Äh, beim, äh... Bei den Föhn! Bei dem Pendel, genau! Da hab ich nicht! Ich bin auch voll! Ja, naja, dann... Also, dann müsst... Haben ein goldenes Gold! Oh, ihr sind aber grad alle vier! Nur... Ja, ich glaube, es gibt kein anderes gerade! Immer zwei, glaub ich! Oder? Ich seh das andere dann zumindest nicht! Oh, dann sind wirklich das alle hier! Krass! Das sieht ja voll aus! Oh, komm schon! Okay, die anderen haben sich jetzt an das Meer verteilt! Genau! Am Wasser, am Wasser, am Wasser! Den goldenen im Wasser! Jawohl, stark! Okay, da hinten in diesem... Boxhandschuh-Ding! Da ist überall immer nur eins jetzt! Oh Gott! Achso, wir können gar keine goldene mehr fahren, ne? Doch, klar! Was? Les meinte, man kann nur eins! Sonst wäre pro Team dann auch nur eins! Scheiße, das hat ja niemand geholt! Wir müssen weiter! Wieder bei dem, äh, Wasser! Ja, Wasser, drei Stück mehr ist gut, Peter! Ja, sehr gut! Ja! Let's go! Haben wir das erste Team, das sich qualifiziert hat? Ne, das ist... äh, diese Teamspiel sind verpackt! Du siehst ja auch um X0 von 7! Ja, deswegen... Und du... Let's go again! Tschüss! Mach den gog! Wir sind krass! Ich weiß nicht... Hätst du einfach vor eine Viertel Stunde ready gedrückt, hätten wir den ganzen Quatsch hier nicht machen müssen. Ja, es war also wieder meine Schuld, du. Wir waren ja alle bereit, ja. Sogar ich? Ich habe Beweise auf Twitch, ja. Ich habe alles protokolliert. Für die Nachwelt. Das Zuschauen sieht so buggy aus. Das Zuschauen sieht das teilweise immer so aus, als würden die alle cheaten. Ja, genau das. Oh, guck mal, der ist da durch und da. Ja, guck mal, der fliegt. Aber das Zino-Kostüm ist so nicht. Oh. Guck mal, wie schön der das in die Länge zieht. Ja. Letztens aber jetzt auch nicht hängen, Marlena, wo wir gerade schon spielen, oder? Ja, ja, nee, ich mache hier schon weiter mit euch. Ich bin doch eh immer für alle, die zu spät kommen, dann kann ich das auch mal machen. Nee, Flash weiß tatsächlich Bescheid, aber schon. Ach, du hast ihm gestern schon gesagt, dass du heute zu spät, ja. Nee, ich habe gestern schon gesagt, dass ich eigentlich bis 10 machen wollte. Und dann war er so, hm, komm einfach nach. Ah, okay. Ja, weil ich hatte dann erst dich ja gefragt, Peter, und dann habe ich geguckt, ob ich das vielleicht überkreuzen kann. Ach, Moment, Marlena hat Peter gefragt wegen Fallgeist? Nee. Okay. Marlena hat mich gefragt, wie lange ich denn plane, und dann habe ich so gesagt, ja, bis 10 ungefähr, und dann, ja. Ja, ich muss ja auch nicht. Das ist doch nice. Also, ich hätte da schon, ist besser als Mario Karts, also. Ja, das, drei Stunden kriege ich, ja, wobei, haben wir auch schon gemacht, ne. Mario Karts 200 CC ist halt nice, 150 CC macht Möbel. Ja, weil du da einschläfst bei. Aber das ist jetzt nicht hier mit Schießen, ne? Nee. Das ist die entspanntere Variante. Okay. Da glaube ich einfach, als wäre ich doof. Da haben sie wieder gegribbelt. Ich will halt nicht gegrabbelt werden. Das war mein Klein. Ich habe gar nicht realisiert, wie viel Shit Les bekommen hat für das Grabbeln bei dem Level, ne? Ich auch nicht, das war ja scheinbar echt viel gewesen zu sein. Er hat auf Twitter ja geschrieben, dass er echt viel Hate-Up bekommen hat. Ich habe dann auch auf Twitter die Kommentare gelesen und da gab es echt ein paar Leute, die auch sehr sauer auf ihn waren, ne? Ja, aber das ist ja normal. Die kommen ja aus einer anderen Community, wo man halt so miteinander umgeht. Aber ich habe es ihm auch noch gerade dann gesagt, ne, dass er darauf achten soll. Ja, äh. Ich habe ihm das gesagt und er so, ne, das wird schon nicht so sein, da, ja. Ja, ja, ich habe es auch nicht ernst gemacht. Ich habe gesagt, ob Leute dafür sauer werden. Okay, du musst jetzt hier gar nicht einfach drüber hinwegreden, wie du runtergefallen bist, ne? Ähm. Peter. Hallo. Äh, wir sind aber drin, deswegen bin ich auch nicht. Oh, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich hatte wirklich legit gerade einen Standpiss. Das gibt es nicht. Ich habe, wir können nichts verlieren. Wir können nichts verlieren. What the fuck? Chat hat es gesehen. Das war so ein Lag. Nein, 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 nein. Das war Karma. Ja. Ich habe dir vertraut. What the fuck? Juhu. Ich habe nichts gesehen. Deine Mutter hat nichts gesehen. Haha. Siehst du, bei mir im Chat sagen die, da war kein Lag. Ja. Ich hatte das auch. Da bin ich ja dann gestorben. Ja. Oh, noch ein Team. Nee. Warte. Noch zwei Teams rauswerfen. Noch drei, dann haben wir gewonnen. Ja. Ja, es könnte jetzt auch schon das Finale kommen, theoretisch. Ja. Ja. Finale. Nicht schon wieder das. Hey, das haben wir jetzt schon zweimal geholt. Ja, aber jetzt sind 16 Leute. Ja. Das ist voll. Jetzt wird es richtig heftig. Jetzt müssen wir einfach krass versuchen, oben zu bleiben, oder? Mhm. 16 Leute, die rasieren sich da unten weg. Wir müssen irgendwie, ich weiß nicht. Die, hier, die Elektro-Bohnen, das sind die schlimm. Ja, glaube ich auch. Die haben nämlich alle den gleichen Skin und das ist dann schon alles. Das sagt schon alles. Mein Ernst. Scheiße. Scheiße, ich bin schon direkt auf blau. Sehr gut. Sorry, Nalu. Bei Mauki, wie der Mist gemacht hat. Ich bin sogar auf lila. Ich bin schon wieder lila. Die Elektro-Bohnen macht mich fertig. Ich bin auf lila. Lila wurde einfach gerippt. Das ist einfach weg. Das ist ja richtig. Ja, ich bin auf blau dann schon mal, ne? Oh mein Gott, ich bin auch auf blau. Lila wurde weggefressen. Komm. Okay, es ist kriminell. Ich bin auf blau. Ich bin auf lila. Wir gehen aggressiv. Ich mache alles weg. Ich gehe auch aggressiv. Maluna, Absicht. Ich unterstelle Absicht. Ich unterstelle massiv Absicht und Sabotage und Zeitverschwendung für unser Team. Ah, Nalu! Nalu hat mich aufgebracht. Opfer müssen gebracht werden fürs Gemeinwohnen als Team. Ja. Du nimmst sonst zu viele Blöcke weg. Oder einfach geopfert. Nalu, ich hoffe, du guckst das wenigstens noch bis zu Ende. Ja, ja, ich guck mir das an gerade. Du musst ja auch drinbleiben, sonst kriegst du die Punkte nicht. Peter, wir beide hier. Und ich gehe kämpfen mit dem. Okay, scheiße. Ich gehe nicht mehr kämpfen. Aber du hast gut Zeit, glaube ich. Ich hoffe, das ist gut. Ich habe nicht viel Zeit. Ja! Ja! Jawoll! Ich habe nie an euch gezweifelt. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du es nochmal spannend. Sehr gut. Letzte Runde auch geholt. Good Job, Team! Good Job! Wieviel Wins? Vier Wins oder so, ne? Hey, läuft richtig. Ja, vier oder vier Wins, würde ich auch sagen. Hey, warte, kann es sein, dass dadurch, dass es mal okay, neu das Spiel spielt, die MMR-Tiefe? Nein! Oh mein Gott, nein! Nee, ich habe da auch gerade schon den Europameister in einer Lobby gesehen. Ah! Also, das war schon ein High-Lobby. Ja. Fünf von sieben haben wir geholt. Fünf von sieben. Die Kilo ist auch richtig gut. Okay. Oh, ich habe drei Kronen bekommen. Was? Okay, Guys. Ich werde mal jetzt ganz schnell gehen. Ich hätte noch länger gerne gespielt mit der ganzen Truppe. Oh Mann, wann mir doch kein schlechtes Gewissen ist. Es ist mir so leid. Leute, lasst uns wieder machen. Die Einladung. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja, war mega nice. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Vielleicht ja irgendwann nochmal. Jo. Dann hau mal rein, ne? Ciao, ciao. Bis dann. Okay, Chat. Das war doch schön. Das war sehr, sehr schön. Jetzt machen wir noch ein paar Runden so, damit ich noch ein bisschen mit euch quatschen kann. Alleine. Das heißt, wir machen einfach Solo-Runden und in den Pausen kann ich auch mal ein bisschen mit euch reden. Ja, das heißt, ich kann noch ein bisschen den Chat lesen währenddessen und quatschen, weil jetzt war ja vor allen Dingen mit den anderen am reden. Und da konnte ich jetzt nicht so viel auf den Chat eingehen, aber das fand ich sehr, sehr nice. Hat richtig Laune gemacht mit den anderen zusammen. Und, äh, äh, können eigentlich theoretisch... Aber bei den Community-Runden kann ich nicht leveln, Chat. Wir wollen aber nicht, dass du uns liest. Gut, ich kann den Chat auch ausmachen. Ich mach keine Live-Racks hier auf irgendwas. Mach einfach Solo-Ide. Ja, wir machen einfach Grinden. Wir müssen hier ein bisschen... Ich will ein bisschen leveln, Leute. Das Problem ist, jetzt bin ich alleine. Jetzt wird die MMR nicht mehr runtergezogen. Jetzt krieg ich wieder die Hardcore-Gegner. Aber ja. Ne, das war, das war, fand ich, ein sehr schönes Miteinander. Äh, mit den, mit den anderen dreien. Also, ich hätte genauso gut auch noch Vlesk und Jesse fragen können von Sonntag. War auch mega nice. Äh, aber jetzt sind's die drei geworden. Also, das werden wir mit Sicherheit nochmal wiederholen, weil das war echt cool. Nur, ich glaub, diese Woche nicht mehr. Diese Woche wahrscheinlich nicht mehr. Okay, ich versuch jetzt hier mal zu lernen, wie man oben rumkommt. Was macht man hier jetzt am besten? Hier rum? Also, so gesehen ist rechts rum ja auch mega scheiße dann. Oh, fuck me. Okay, wir gehen hin. Okay. Das war ja jetzt schon mal maximal RIP. 41 kommen weiter. Ist doch was in der Mitte, oder? Oder wir gehen einfach rechts rum. Okay. Wurde von Squad Stream entführt und war auf einmal bei Maluna. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ja, ich war der Letzte. Ich war wirklich legit der Letzte gerade. Das war richtig, richtig eng. Oh Mann, ey. Ja, dankeschön, Limp3x1. Danke für die Glückwünsche auch. Also, wieder back to usual jetzt. Ja, es ist ein alleine natürlich schwieriger, als wenn du ein Team hast, mit dem man zusammenarbeiten kann. Ein faules Pferd springt nicht höher, als man muss. Nein, ein gutes Pferd springt nicht höher, als man muss. Nicht ein faules Schwert. Ein gutes. Nächstes Turnier mit Vierergruppen. Ja, fände ich auch geil. Fände ich eigentlich richtig geil. Habe ich Schwert gesagt? Habe ich ein faules Schwert gesagt? Ich meinte Pferd. Pferd. Christian versucht übrigens gerade Formel 1 zu fixen. Wir haben ja Donnerstag den GPO. Der ist diesmal von EA gesponsert. Das wäre natürlich mega geil, wenn das Spiel bis dahin wieder funktionieren würde. Aber wir vermuten, es liegt an unserem übertakteten DDR5-Ramp. Wir wissen es noch nicht. Fehlersuche ist nicht simpel. Ja, knapp. Schaffen wir nicht mehr. Schade. Das war zu viel gewollt. Das war fail, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Das war zu viel gewollt. Manchmal muss man auch einfach mal eine Sekunde warten. Das wäre schon deutlich smarter, ne? Ne, das ist zu viel gewollt, Wikinger. Als ob er das macht. Okay, wir müssen jetzt auch hier durch die Mittel. Okay, haben wir ja gar nicht so viel mitgewonnen. Alter, ich werde hier gebodyblockt. Die ganze Zeit gebodyblockt. Ah, sieht aber gut aus. Ah, wer ist denn alles so bei GPO dabei? Viele Leute sind dabei. Also, wir haben wieder volle Lobby natürlich. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung gerade wer. Pferdbrand am Donnerstag mit. Nein. Der wird mit mir moderieren. So der aktuelle Plan zumindest. Was aber auch daran liegt, dass es halt... Das ist halt auch ein Sponsor-GPO, ne? Da wollten wir jetzt nicht Bram unbedingt zum Fahren schicken. Ich wäre mitgefahren. Ich wäre auch gerne mitgefahren. Aber die anderen wollten lieber fahren als moderieren. Ich wäre sehr gerne mitgefahren. Ja, wir spielen F1, 20, 22. Ist morgen was zu Ubisoft geplant? Ich glaube nicht. Nein, ich bin morgen nicht da. Okay, es ist hier 101. Scheiße. Oh mein Gott, jetzt ziehe ich ab. Jetzt ziehe ich komplett ab. Zwei auf seiner Seite. Absolute Frechheit. Ein Punkt. Absoluter Bullshit! Oh, da ist aber... Das ist ein Tryharder. Der gönnt halt richtig hart. Den holt er sich. Alter, da hat er aber auch... Holy shit! Da hat er sich aber auch richtig angestrengt. Leck mich am Arsch! Holy fuck, Alter! Oh, jetzt habe ich zu früh, glaube ich, weggemacht. Und kriege ich weniger Erfahrung. Oh ja, schade. Ich kenne es aber auch auf auf den Rand. Ja, das ist auch nicht perfekt. Ich weiß auch nicht, wie man das am besten macht. Der macht aber echt nichts anderes. Oh man, ey. Keine Ahnung, ob Gamer Brother mitspielt. Hatte der jetzt ein paar Mal gefragt. Ich habe keine Ahnung. Achte mal darauf, was du für Dailies, Weeklies machen musst. Das ist mittlerweile eigentlich die einzige Methode, um vernünftig zu leveln. Oh, okay. Ey Peter, wenn du allein bist, dann kannst du nicht zu früh rausgehen. Oh, okay, sehr gut. Schon F1 gespielt? Ja. Wir haben tatsächlich heute drei Folgen aufgenommen von Formel 1. Und mir gefällt es sehr gut. Muss ich sagen. Ich habe allerdings aufgrund meiner fehlenden Erfahrung und weil ich das Spiel quasi zum ersten Mal gespielt habe, habe ich Traktionskontrolle angehabt. Aber hat sich sehr gut angefühlt, meiner Meinung nach. Also fand ich sehr gut. Also mit dabei waren noch Christian, Jay und Lena. Und Jay und Lena haben es ja schon relativ viel gestreamt. Ja, und dann war Christian doch nicht dabei, weil er Probleme hat. Also eigentlich haben wir zu dritt gespielt, wenn man ehrlich ist. Aber mehr haben wir diesmal nicht zusammengekriegt. Ich benutze das Bugitech G923. Das ist so ein absolutes Getümmel. Alter, viele von denen. Muss hier rüber. Das ist doch eine schwierige Variante von der Map, hm? Nicht gut. Nein, ich werde mir richtig. Scheiße. Ich habe komplette Traktionskontrolle gespielt. Nicht nur mittlere. Mittlere habe ich vorher mal testweise gemacht und habe mich auch super schnell gedreht, weil ich halt null drin bin. Und deswegen habe ich komplette gemacht. Das hat dann gut funktioniert. Felix hatte keine Zeit, nee. Felix ist schwierig mit Zeit. Jetzt haben wir das nächste Mal vielleicht wieder. Das war ja richtig knapp gerade. Bin mal in diesem Game keinmal runtergefallen. Trotzdem raus. Ja, krass, ey. Dann war es aber auch in der Schwitzer Lobby, ey. Dankeschön, Luflex für den Resub und Akarack und Felix und MC Ace und Evil Masterinho und total toller Tom und Mrs. Senseless und MichiDX. Marius28, danke allen, die heute gesuppt haben. Die, die vorhin noch mit in der Gruppe waren, die sind jetzt wieder ihre eigenen Sachen auf Twitch machen gegangen. Ich wusste nicht, dass man vorher Endpunkte festlegen muss, zeitliche. Und sonst alle immer nur mit zwei Stunden Slots rechnen. Das war mir nicht bekannt. Werde ich das nächste Mal beachten, wenn ich die frage. Aber ich muss nie sehen. Entschuldigung. Bis 10 stream ich mal. Dankeschön, Icebreaker und Metzlfatz für die Resubs. Ich finde, Fallgeist ist so dieses perfekte Streamspiel theoretisch. Erstens kannst du das mit coolen anderen Leuten spielen. Aber selbst wenn du das alleine spielst, hast du immer diese Ladesequenzen dazwischen. Wo du halt auf den Chat gucken kannst. Und irgendwie, ich finde, macht mir das einfach Laune zu streamen, muss ich sagen. Ja genau, bis 22 Uhr spiele ich, äh, Fallgeist. Und Quatsch. Ich finde das so interessant, dass untenrum schneller ist. Das sollte ja so eigentlich gar nicht sein. Aber man muss irgendwie auch perfekt fallen. Guck mal, wie sie uns alle überholt haben. Die wissen da doch alle. Was das für eine Sweaty Lobby ist. Ist ja insane. Jetzt müssen wir da noch durch. Das wird nix. Direkt links kommitten. Das wird nix. Oh, das war ein Fehler. Ich muss es hier probieren. Ich konnte es nicht ganz an der Seite probieren, weil da hatte ich zu viele vor mir. Ich werde halt einfach letzter. Bruder. Bruder. Dankeschön. Soll, lauft so, Leute. Jetzt auch schon 46 Monate dabei mit dem krassen Sub. Hier neben mir. Ja, da war wirklich geboostet, ey. Da manchmal muss man auch einfach, manchmal muss man einfach Lack haben. Schade, dass man bei den Community Lobbys nicht levelt. Wobei es natürlich logisch ist, weil sonst könnte man wahrscheinlich immer irgendwie sich von seiner Community Subs, ach nicht Subs, sondern Siege holen lassen. Nesbooner aktuell nicht so. Spielen die anderen aus dem Team zur Zeit auch im, sind die anderen aus dem Team auch aktuell im Fall Guys Hype? Nein. Da bin ich aus dem Team alleine. Soll, noch zu, Leute. Zehn Stufe Eins, Habs. Vielen lieben Dank. Wobei ich auch ganz cool finde, muss ich ehrlicherweise sagen, dass mir das die Notwendigkeit gibt, mich mit anderen Streamern zu verabreden. Und anderen Streamerings zu verabreden. Oh, das war Fail. Geht das nicht so? Habe ich da was missverstanden? Ne, wir können von hier aus gar nicht da drauf, Leute. Das funktioniert so nicht. Wir müssen das Große machen. Wir müssen da hier was Großes rüber tun. Danke schön. Danke. Wenn keiner mitschieben will, will die auch nicht schieben. Wenn wir alle mal am Arsch lecken. Neu. Das hat einer geschafft. Danke. Danke. Danke schön. Danke. Ha, 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 ha. Ihr Huren. Ey, ich mag dieses Spiel auch so null, ne? Weil halt keiner, also das ist ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Hass erzeugen soll oder so. Aber ja. Hast du deinen neuen Song schon gehört vom Chili Mann? Nein. Habe ich noch nicht gehört. Werde ich mir aufheben, bis wir darauf in, äh, gemeinsam als React uns das anhören. Will ich nicht vorher schon, äh, gehört haben. Das wäre ein bisschen doof. Danke schön auch Lucky Style für den Resub. Und Salz für die 100 Bits. Und Mr. Toxinio für 27 Monate. Ist ja schon dabei. Vielen lieben Dank. Hallo, Snorvega Peter. Have a nice evening. Hallo, Mots. Und Chattiana. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Ja, Teamwork in einem Spiel ohne Team. Das ist halt, das ist halt schwierig. Aber haben wir gemacht. Weißt du denn schon, woher dein neuer Song stammt? Ne, ich hab keine Ahnung. Null Ahnung. Was? Mr. Toxinio will getimertet werden? Wait, kann man aus dem Hechten heraus grabben? Tatsächlich ist es so, dass er bei mir gerade automatisiert gegrabt hat. Oh nein. Okay. Dieses Spiel, da gibt es weniger Pinguine als Mitspieler. Und man muss den Pinguin in der Hand halten, um Punkte zu bekommen. Also jetzt haben wir wirklich zwei absolute Crap Games in Folge leider. Ist ja hier... Fühlt sich an, als wenn wir Blizzard wären. Dann gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Ja, komm, wir bleiben hier. Wir sind cool. Okay, das war jetzt tatsächlich relativ easy, weil keiner Bock hatte, irgendwie mich zu nerven. Das war jetzt halt... Okay, war cool. Findet ihr es eigentlich, dass Kinder mit euch aufwachsen? Findet ihr den Gedanken ziemlich witzig? Naja. Ist ja, glaube ich, nicht mehr so. Sondern das ist schon längst passiert. Also ich glaube nicht mehr, dass es viele Kinder gibt, die uns heute noch sehen. Außer vielleicht, weil ihre Eltern uns schauen. Wir sind mittlerweile in der Variante angekommen. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr wirklich diejenigen, die hier bei den Zwölfjährigen in sind. Ja, die gucken lieber Glücksspiel oder sowas. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich schon viel passiert, wenn man Teenager als Kinder bezeichnet. Danke. Dankeschön. Danke. Sagt der am Spielfolger ist ja gut. Uuuuhh. Ja, die meisten sind über 20, würde ich sagen. Bei dem kurzen, da sehe ich auch Leute über 30 dabei. Ich hatte Zwölfjährige geguckt in Peatsmeet. Ja, eben. Ist halt nicht... Da sind wir nicht so am Stizzl. Was auch vollkommen okay ist. Also... Wobei wir tatsächlich mittlerweile echt sehr kinderfreundlichen Content machen, würde ich sagen. Also kinderfreundlich nicht im Sinne von, wir sind interessant für Kinder. Weil Kinder interessieren sich ja eher für den nicht so kinderfreundlichen Content. Aber... Wir sind nicht mehr... Ich habe da jetzt nicht mehr so viel Bauchschmerzen wie früher vielleicht. Wobei wir immer noch sehr viele Schimpfworte benutzen. Das war von mir schlecht predicted. Da dachte ich, die Dinger wären schneller. Bin ich ganz ehrlich. Nicht early. Aber egal. Hat geklappt. Jetzt werden sie auch schneller. Okay, okay. Schade, dass ich nicht da hinten drauf bin. Könnte sein, dass das übrig bleibt als letztes. Und wir sind alle woanders. Scheiße. Tatsächlich bleibt das da hinten übrig. Eigentlich glaub ich es nicht. Das wäre natürlich der absolute Jackpot, wenn man jetzt da hinten wäre. Aber immerhin ist auch kein Gegner da hinten. Das macht ja auch schon viel aus. Versuche hier in Bewegung zu bleiben, um nicht so leicht gegrappt zu werden. Okay. Der Fickerwolf will gefickt werden. Du Arschkirchst. Der wollte ich nicht, nämlich. Oh, nein. Scheiße. Das ist aber... Da bin ich aber auch rausgekommen. Wieso Karma? Der Ficker hat angefangen. Das war jetzt aber echt ein bisschen scheiße. Nee, der ist kein Karma. Ich habe mich nur gewehrt gegen den. Der andere Dude, der hat nichts gemacht. Und den habe ich auch nicht gegriffen. Aber dann bin ich halt so geil darüber gesprungen, dass ich weitergesprungen bin, als erwartet. Dann war ich dich belastend. Das hätte ich gewinnen können. Das hätte ich gewinnen können. Spielsby kocht nur mit Frauen. Nee, wird nicht passieren. Hands with the gas. Vielen lieben Dank für fünf Stufe 1 Subs. Also viele verwechseln das. Hey, ich habe mal meine Frau auf Instagram gezeigt, wegen unserer Hochzeitsfoto mit. Die hat voll Bock vor der Kamera aufzutreten und zu reden. Da hat sie nämlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und Oni, vielen lieben Dank für den Resub. Hans with the gas. Danke nochmal für die fünf Stufe 1 Subs. BMW F31. Dankeschön für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Dankeschön, Görchen. Für den Resub. Und das with the gas hat auch nochmal verlängert ist. 31 Monate jetzt schon am Stissel. Toral, 97. Danke für den Resub. Direkt und rechts. Neues Sub. Hallo und herzlich willkommen. Calypso Viva, ein Resub. Feed the TV, ein Resub. Ganz viele Resubs. Irulion, DD Duck, Felix Krümel, Flo und Panzerbensch KD2. Dankeschön. Dankeschön, Kriegsi. Ich bin auch sehr happy mit den Hochzeitsbildern. Da sind noch sehr viele andere Hochzeitsbilder, die wir noch nicht gepostet haben. Viele fragen sich, was bei den U-Bahn-Fotos der Hintergrund ist. Aber im Endeffekt war es halt einfach so, dass wir an verschiedenen Locations in Berlin Fotos machen wollten und die U-Bahn einfach die schnellste Möglichkeit war, von A nach B zu fahren. Also that's it. Tatsächlich. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist die U5. Die ist sowieso echt schön, weil die komplett neu ist. Also lass doch auch noch in der U-Bahn Fotos machen. Das ist bestimmt mega cool. Und das war auch super lustig, weil die Leute halt sehr, sehr lustig drauf waren alle. Also, die in der U-Bahn. Da war so eine Schulklasse. Die hat uns so zugejubelt und so, hey, herzlichen Glückwunsch und so. Alter, das war richtig beschissen jetzt. Das war jetzt richtig beschissen. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ich muss wieder richtig Glück haben. Habt ihr gesehen, wie ich dem Shit ausgewichen bin? Das war insane awesome. Okay, ich hab kein Glück. Booste mich. Booste mich. Okay, nein. Nein, nicht so boosten. Nein, gut boosten. Da stehst du nicht unter boosten. Das ist das Gegenteil von boosten. Oh. Autofahren so schwierig in Berlin. Ne, nicht unbedingt. Aber je nachdem, von wo du nach wo willst. Also, die U5, die verbindet zum Beispiel Reichstagsgebäude mit Museumsinsel. Wo wir bei beiden Fotos machen wollten. Und da ist es halt safe, schneller einfach mit der U-Bahn zu fahren, als mit dem Auto zu fahren. Kinderfreundlicher Content auch weder. Der Fick wollte Fick mich. Nicht kinderfreundlich. Kinderfreundlicher. Als früher. Das ist ein wichtiger Unterschied. Teuer war es, denn die U-Bahn-Station zu mieten, Slash zu kaufen. Ja, wir haben 9 Euro für 9 Euro Ticket bezahlt und sind damit gefahren, weil wir das eh hatten. Dankeschön. Jan4 auch für den neuen Zapp. Hallo und herzlich willkommen. Es ist aber lustig zu sehen, wie viele Leute den gleichen Joke gemacht haben mit, du hast die U-Bahn gekauft oder gemietet. Auf Instagram, auf Twitter. Alle haben diesen Joke gebracht. Das ist schon lustig. Und das Kleid war am nächsten Tag noch sauber. Not even close. Ich glaube, ich habe ein Haar. Ich schmecke ein Haar. Da ist es. Da ist es. Ein Bata. Nee, Trauzeuge war Timo. Rücken. Hat da jemand festgehalten? Abarschen. Ich habe nicht so gut getimed. Ich haue hier aber auch immer im falschen Moment die Sprüche raus, ey. Moment, jetzt muss man ganz rechts. Hat da nur jetzt gesagt. Oh, da wurde ich gebrockt. Komm, ich gehe nicht durch die Mitte. Wir können das immer noch schaffen. Danke. Die sind aber auch alle gut. Was? Ich wurde geblockt. Alter. Ich habe mich schon so drüber gesehen. Aber da wurde ich körperblockiert. Oder ich wurde sogar gepackt. Ich wurde gar nicht geblockt, sondern ich wurde sogar gepackt. Ja, ich wurde reingelegt. Alter. Dieses Spiel kann einen so unfassbar aggressiv machen. Einfach nur. lasst ihn Kiel holen, der dich geblockt hat. Lutoxo fragt, meinst du, ihr würdet alle noch so gut befreundet sein und so viel miteinander machen, wenn YouTube nicht so erfolgreich wäre? Finde ich super schwierig zu beantworten. Finde ich super schwierig zu beantworten. Die Frage, ich glaube, wir wären immer noch befreundet, aber würden nicht so viel miteinander machen. Davon, also, ich bin immer noch mit super vielen Leuten aus meiner Schulzeit befreundet und die halbe Klasse, mit der ich damals zur Schule gegangen bin, war auf unserer Hochzeit. Und ich glaube, die Jungs aus Pietzmeed wären quasi ein ähnlicher Freundeskreis, wo ich versuche, die drei, vier Mal im Jahr zu sehen und ein bisschen mit denen zu zocken. Und ich glaube, that's it. Weil so entwickelt sich das halt normalerweise. Würde ich sagen. Aber das sind so viele Was-wäre-wenn-Geschichten. Ey, ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich... Keine Ahnung, wo ich überhaupt wäre in meinem Leben. Kann niemand sagen. Alter, die fallen halt teilweise aber auch so simpel um. So, uh, uh, ein Lüftchen. Ein Laus. Da muss ich doch erstmal jetzt chillen. Der Urlaub einmal pro Jahr in Rinesse wäre also definitiv noch drin. Weiß ich nicht, ob der noch drin war. Drin wäre. Also, nur Urlaub ist schon eine Ansage. Können wir uns natürlich leichter nehmen, wenn wir selber die Firma sind. Ja, ich habe Hanni nicht über die Türschwelle getragen. Ich habe mich mal drüber nachgedacht. Sie hat auch nicht gefragt. Ja genau, Hanni hat mich getragen, ja. Ich habe mich über die Türschwelle getragen. So was fragt man ja auch nicht. So was macht man einfach. Ich habe... Keine Ahnung. Wie viele Bayreute hast du vernichtet an der Hochzeit? Nicht wenig. Spielst du später Nothing F1? Was ist denn Nothing F1? Ich spiele bis 22 Uhr Vollgeist und dann... Oh, das wird eng. Oh, das wurde überhaupt nicht eng. Oh, das kommt timingtechnisch hier gerade alles sehr gut aus. Wann geht das? Links und runter? Jetzt. Nee. Okay. Gut, rein, nee, nicht. Ach, jetzt geht es runter. Ich dachte... Oh Gott, das habe ich nicht überhaupt ancheckt. Danke. Das könnte jetzt alles sehr eng bleiben, weil ich hier mache. Nee, müsste noch gehen. Alles gut. Boah! Ah! Der Brautstrauß wurde gar nicht geworfen. Das ist auch so eine komische Tradition. Aber wir haben nicht viele Traditionen gemacht. Brautstrauß werfen. Voll der Druck auf die armen Leute. Finde ich nicht so geil. Ja, die Lobby ist echt gut. Wir hatten was vom Brautstrauß werfen. Irgendwie nicht so geil. Straußbraut werfen. Nee, wir haben auch keinen Stamm durchgesägt. Wir haben auch nicht die Tanzfläche eröffnet. Das ist alles Quatsch. Wir haben keine Gelübde geschrieben. Wir haben nur die Sachen gemacht, auf die wir Lust haben. Wir haben uns nicht mit Geschirr beschwissen. Das kenne ich nicht mal. Das Kostüm ist ja insane awesome, Mr. King Louis. Ja, Torte angeschnitten haben wir. Das haben wir gemacht. Ja, Torte angeschnitten haben wir. Ja, Torte angeschnitten haben wir. Ja, Torte angeschnitten haben wir. es war beim torte schneiden oben ich wusste vorher überhaupt nichts von der tradition irgendwann hat er mir mal davon erzählt da habe ich sie gut reingelegt eine torte wir hatten zwei stöckige torte unten war so was zitroniges an er sich darum gekümmert die hat da so eine torten influencerin auf instagram angeschrieben die macht echt geile sachen flitter wochen machen wir erst ende des jahres new york auf jeden fall eine woche und wir wollten noch zwei wochen südafrika das wird nix da überlegen wir noch eine alternative so scheiße 30 in die richtung die wert wenn ihr nicht alle mit mir lauf der tun hält doch noch fest nicht 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh nein, oh, fuck me, Alter Ah, der Krokodil hat mich fertig gemacht Scheiße Ah, da hat er mir Da hat er mir gut den Weg weggenommen Fuck, Alter Ah, das ist aber auch ein schwieriges Finalspiel Da muss ich echt noch mehr Learnen bei Dune Sowas ärgerliches Das war close, ja Mann Okay, vielen lieben Dank Nick Rieber für den Resub Und Angel Hikaru für den Resub Crazy Pro Muffin Compiler Mal neues Minuteman Darwin Neuerster Apollon Herzlich Willkommen Sahneküsschen Thompson Drusevelt Neuerster Apollon Herzlich Willkommen Cooler Kerl Hat Grease Up Döner Hat ebenfalls Grease Up Vielen lieben Dank euch Schau dir mal Speedruns an von Vollgas Ja Mach ich irgendwann mal vielleicht Warum macht ihr Vollgas eigentlich auf einmal wieder so viel Spaß Die Abwechslung bei den Maps ist größer Jetzt wo Free to Play ist Die Abwechslung bei den Gegnern ist größer Wobei das echt ganz schön stressig ist Dass man hier so viel in diesen Schwitzer Lobbys ist Wenn man selber schon ein paar Siege geholt hat ProGamer warum 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 der Held Hype nimmt man halt mit Naja es ist Das klingt so berechnend Das war mir überhaupt nicht der Fall Ich hab mich voll gefreut Dass Vollgas wieder da ist Scheiße Also das macht mir halt wirklich Laune Oh das war lucky Das war höchst lucky Aber das kann jetzt alles Das war auch lucky Hier trefft die richtige Trefft die richtige Okay ganz rechts Ganz rechts Leute Ganz rechts Wir können do it Ja natürlich falle ich hin Ja das hinzu kommt natürlich Dass die Leute das auch sehen wollen Das ist auch ganz cool natürlich Bei Fall Guys Das erhöht natürlich die eigene Motivation Das im Stream zu spielen Auch massiv Anstatt es dann einfach nur alleine zu spielen Das hat ja nicht ohne Grund ein High momentan Würde ich auch behaupten wollen Das macht halt einfach Laune Im Vergleich zu damals wo ich aufgehört habe Keine Cheater mehr Das war das Schlimmste Viel mehr Map Auswahl Das macht halt einfach Laune Was willst du machen Das ist ein cooles Streamerspiel finde ich Also Wir haben auch Fall Guys Für den YouTube Kanal aufgenommen Heute kam die erste Folge Wenn ich das richtig gesehen habe Und Wenn es gut ankommt Machen wir dazu auch mehr Also zwei haben wir schon aufgenommen Dritton Neuer Sub Hallo und herzlich willkommen Und Dankeschön Frau Angel Für den Reset Und das Turnier War auch mega nice Von Ammar Auf und bald kommt der LWS Ja Landwirtschaftssimulator Ist immer so ein Spiel Wenn ich gerade Bock auf ein anderes Spiel habe Muss der so warten Bis ich wieder in so ein Loch fall Und dann Spiel ich wieder Landwirtschaftssimulator Also kommt hier zu dem Stream Kein Video Äh doch Auf PitsMe Live Kommt der komplette Stream einfach Oh Gewollt Oh ich warte wohl Absichtlich Hier hat der mich jetzt schon wieder überholt I don't get it Naja Mit Raft haben wir aktuell keinen Plan Vielleicht wenn Sepp aus seinem Urlaub wieder da ist Beziehungsweise Sepp ist jetzt zwei Wochen im Urlaub Dann haben wir eine Woche Roadtrip Also Naja Schwierig Es gibt neuen Content in Raft Ist bekannt wo Sepp im Urlaub ist Wenn du ihm auf Instagram folgst Weißt du alles über Sepp Der ist sehr Der teilt viel Aber musst du ihm auf Instagram folgen Ah Flugzeit Okay Das ist in Ordnung eigentlich Ob wir Streams vom Roadtrip machen Weiß ich noch nicht Wir werden auf jeden Fall Videos vom Roadtrip machen Streams haben da nicht die höchste Priorität Zeigst du die Fitbit auch privat Ja Die ist wirklich super Um meine Zonen zu tracken Jeden Ich bin morgen beim Sport Und sie ist super für Schlaftracking Für mich ist sie auch richtig angenehm Da komm da Da kommt der Wind Ach scheiße Kann man dem Windband ausweichen Das ist ein Alter Das war richtig bad Ja okay Machen wir Stört mich halt sehr beim Schlafen Mich hat die Tatsächlich die Apple Watch Beim Schlafen gestört Und generell beim Tragen Weil die so groß ist Diese Uhr Oder der Tracker Sieht halt sehr klein aus Hashtag Werbung Weil wir halt gesponsert werden Von denen Also ist jetzt vielleicht optisch Nicht das ansprechendste Und sieht für meinen Arm Und meine Hand Vielleicht noch ein bisschen klein aus Aber stört mich halt nicht so sehr Und welche Bewegung Erfasst sie vom Bett Zum Klo Kühlschrank Und PC Ja und Meine morgendlichen Fahrradrunden Der Akku hält Sechs Tage oder so Alter wieso ist denn jetzt hier In jedem Match Dieser Sprungklapp Könnte man die auch am Knöchel tragen Keine Ahnung Hey happy Zwillinge Ich hoffe euch geht's gut Und das tägliche Palmelfedeln Wird als Joggen erkannt Ne ich hab das ja an der linken Hand Mach nicht so häufig die Fremde Gut Hey happy Zwillinge Schön dass ihr da seid Erstmal Nur was zu mir Was war das für ein Sound Ja ja Kinderfreundlich Schminterschmeundlich Scheiß Dose Das ist Karma gewesen Das ist Karma nämlich gewesen Ja mit der Office bin ich durch ja Oh kommt jetzt das Finale Kommt jetzt das Finale Kommt jetzt das Finale 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 Das wird doch sehr schön Danke schön Danke Oh nein Es kommt nicht das Finale Wir müssen erst noch durch Ringe springen Und das ist nicht mein Top Game Gar nicht mein Top Game Ja ich find's auch besser als das andere Ringspiel Aber ich bin halt Failing Und was mich hier super nervt Ist das Blocken Dass man sich gegenseitig so krass blocken kann Scheiße das hätte ich noch gerne geschafft Nicht early Da Da war es wieder Da war wieder der Block Da wieder Scheiße Ja Nehme ich auch Das ist nicht Zu gierig Zu gierig Muss noch warten Ja haben wir aber gemacht Haben wir 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 gemacht Gut das ganze Neonfarbengemisch Auf dem Bildschirm Nicht irgendwann an den Augen weh Früher haben meine Eltern mal gesagt Du kriegst mal quadratische Augen Wenn du so viel vom PC hängst Oder vom Fernseher hängst Habe ich nicht gekriegt Da war eine quadratische Brille Wobei fast Haben wir gemacht Haben wir gemacht Dankeschön Marcy Für den Resub Und Mary Und Klickentaro Neues Sub Hallo und herzlich willkommen Hi Unicorn Neues Sub Hallo und herzlich willkommen Und TheLawFace Hat Resub Bark Und Omen GG ebenfalls Jetzt aber Finale Okay Das ist ja quasi wie verhext Nur mit Eis Und ich weiß nicht Was die Taktik ist Einfach rennen Einfach let's go Jeder hinten voll leckt So Ohja Okay Das ist ein Arschloch Alles klar Ahja Funktioniert bei ihm Sogar die Taktik Also nämlich wieder Wird er immer Leute Runterschubsen Der kleine Boy Okay Wenn man ehrlich ist, ist das vor allen Dingen hier Zeitverzögerung, oder? Also jetzt mal for real. So, jetzt sind wir an dem untersten Punkt angekommen und jetzt geht es doch erst richtig Jetzt wird es doch richtig ernst erst. Oh, das ist blöd jetzt. Das ist jetzt beschissen gewesen, Mann. Ey, Mann, ey, die Gegner sind aber so kranke Huren einfach nur. Boah, die Block hier wieder. Ja, das ist so eine Scheiße. Okay, wenigstens hat die Banner... Okay, das ist ein lustiges... Das ist eine lustige Hose. Das ist eine sehr lustige Hose, muss ich sagen. Sehr nice. Ja, das war der beschissen, Mann. Ich sage euch, wie das ist. Das war der beschissen, Mann. Okay, Chat. Das war heute wieder sehr lustig. Hat Laune gemacht mit euch. Schön, dass ihr dabei seid. Oder wart. Also noch immer seid. Aber bald wart. Weil, jetzt mach ich vorbei. Jetzt mach ich vorbei. Okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, Jessie ist offline Jessie ist offline Ich wollte sie raiden, weil sie heute Geburtstag hat Geburtstag Okay Dann raiden wir Heute Vlesk, weil Der war auch bei unserer geilen Vollgas-Runde beim Turnier dabei Aber den habe ich nicht gefragt für heute Abend Weil das ja nur für vier Leute geht Und dann waren wir schon relativ schnell voll Also, bitte bestellt liebe Grüße An Vlesk und sagt ihm Ich würde mich freuen, wenn Vlesk nächstes Mal Vielleicht mal dabei wäre Oder Zeit hat Und jetzt wünsche ich euch gleich noch einen wunderschönen Abend Vielen lieben Dank an alle, die heute gesuppt haben So wie Mikish, der gerade nochmal einen resubt dagelassen hat Vielen Dank an die Mods Die heute wieder für Recht und Ordnung gesorgt haben Und ja, vielen Dank euch Macht's gut ihr Lieben Bis zum nächsten Mal